peinliche geschichte aus dem teil seiner kindheit das ist jetzt gemein wenn es kommt ach komm dass ihr mich auch seht hier im fullscreen ja herzlich willkommen erstmal an alle herzlich willkommen auch an denilson an hyperrate.io der gerade auch reingefollowed hat dankeschön dafür denilson dir dankeschön nochmal für deine subscription ja heute geht es um das da unten content inspiration das ist heute das thema mein erstes mal sozusagen wo ich hier auf dem stream mal auch ein bisschen mehr mache als nur online liga online liga ihr seht einmal das programm auf der seite das ist noch bis 28 dritten da gibt es den manager talk das ist das ganze programm gewesen jetzt eigentlich die ganze woche und letzte woche schon da geht es hauptsächlich um online liga und das ist ein browser game fußball manager heute geht es aber nicht um online liga sondern eben um das thema auf der seite da unten das heißt content inspiration und neues format das ich einfach heute auch zum ersten mal machen möchte und euch präsentieren möchte wir werden da über content reden und heute im speziellen habe ich ein gast dieser gast wird sich freuen sich da auch nachher selbst vorzustellen und hyperrate grüße einfach mal reingestürmt ja der denilson schön und wir werden über content reden den content die diese person dann auch vielleicht machen will oder machen möchte geht darum inspiration erfüllen oder zu inspirieren einfach mal zu schauen was denn vielleicht ein thema wäre wo man konnte über produzieren könnte wo vielleicht das herz auch dran hängt wo man auch auf welche art und weise wie man da auch content machen kann es geht weniger um die technik es geht auch weniger um stream da gibt es ganz tolle streamer da draußen und youtuber die das thema schon behandeln ich für mich habe festgestellt dass es da eine lücke gibt und das ist genau das was ich heute tue die content inspiration leute dazu inspirieren welchen content sie denn machen könnten und in welcher form sie den vielleicht auch produzieren können oder auch dann auf den verschiedenen plattformen dann verteilen können zum beispiel auf twitch wie jetzt heute hier oder auf youtube auf twitter auf instagram auf tik tok facebook linkedin gibt es auch noch mittlerweile möglichkeiten auch zu streamen etc pp das ist das ziel dieses formats und da habe ich echt bock drauf und wer dann eben auch technik beratung braucht der kann gerne auch mal fragen stellen aber meistens verweise ich dann eher auf die leute die sich da umlängen besser auskennen zum beispiel der nilson ist da ganz gut unterwegs 184 glaube ich heißt da nilson 184 dann kann man noch den king grey der sich auch mit dem stream im allgemeinen beschäftigt oder auch onkel pippi der dann eben da auch sehr viel macht in dem bereich und morgens immer seine morning show hat zum beispiel ich verlinke die euch mal schnell zum beispiel onkel pippi oder king grey das sind die jungs die ich empfehlen kann wenn es um design geht et cetera pp würde ich euch tatsächlich auch noch empfehlen den fanti das auch ein supermann deshalb und ich glaube nilson muss ich kurz nachschauen weil bei dem bin ich jetzt nicht der kennt mich glaube ich gar nicht 1 4 8 9 1 4 8 9 ist glaube ich ja und nilson ist 1 4 8 9 der macht super technik beratung für streams also da könnt ihr auch reinschauen wenn ihr auf englisch steht könnt ihr auch bei harrys heller vorbeischauen surfen ich muss gucken wie sein twitch account ist da ist tatsächlich harrys heller okay alles klar dann können wir könnt ihr auch da wenn ihr englisch könnt aber harrys heller auch mal vorbeischauen der macht auch ziemlich viel stream beratung und ja da geht es also drum und ich mache content inspirationen weil für mich die einfach eine lücke da ist oft heißt sein wenn jemand fragt was für content soll ich eigentlich tun was kann ich denn machen heißt dann oft ja das musst du selber wissen und genau da möchte ich rein genau da möchte ich euch weiterhelfen mit euch zusammen eben schauen was wir da tun können schauen wir mal rein wer denn alles heute noch dann am start ist sehr schön dankeschön dass ihr heute auch alle am start seid und eingeschaltet habt das erste mal deshalb was ganz neues ich bin mal gespannt wie es dann auch zukunftsbräuch ankommen wird der male ist auch am start grüße dich hallo erst mal ja ihr seht schon wir sind hier gut unterwegs und werden jetzt dann auch gleich anfangen das ist komisch für mich auch mich selbst zu sehen tatsächlich weil ich heute ein anderes setup auch gebaut habe für mich auf meinem bildschirm ich habe einmal den obs ninja jetzt am laufen der super toll ist als tool ist auch immer das schöne was ich vernetzt wird anderen leuten dann entdeckt man auf einmal neue tolle software die ich heute das erste mal auch benutze also immer gespannt wie das laufen wird ja red painted black dankeschön für deinen follow willkommen hier zum probetraining es gibt auch neue alerts ab nächster woche wahrscheinlich ich habe mit fanti zusammen ein alert gemacht das gibt es einmal zu sehen wenn jemand reinkommt entschuldigung wenn jemand reinkommt und ja zum beispiel ein abo da lässt dann gibt es das neue alert schon zu sehen ohne sound also es läuft mit dem alten sound noch aber ich schon mal einbinden wollte und hako in die runde der treter bonn auch am start sehr schön alte alte bekannte ja aus online liga heute war ja auch die soundfinale euch noch mal herzlich willkommen ich hoffe ihr habt alles gut überstanden ja langes rede kurzer sinn ich wollte euch einfach ein bisschen mal einführen in die thematik was wir tun werden heute es ist vor allem ein talk format in dem ich auch mit euch dann in zukunft im chat dann agieren werde aber heute ist ein besonderer erster start und zwar mit einem gast und der gast heißt jasmin und dieser gast ist nicht nur irgendeine jasmin sondern das ist meine kleine schwester ja ich bin ein bisschen älter aber ich glaube von der körpergröße hängt das nicht so ab und da werden wir auf jeden fall reinschauen und wenn sie jetzt mal kurz dazu holen und das ganze dann hier schon präsentieren und sie auch freischalten dass sie auch was reden darf überhaupt dass ihr sie auch hört hallo jasmin grüße dich hallo na alles klar ja körper nicht nur nicht nur körperlich kleiner sondern auch jünger ja das stimmt jünger auch und körperlich ein bisschen kleiner wie ich aber so viel ist das gar nicht gibt auch ein bild bei meinen bei meinen eltern das ist okay es ist vielleicht doch ein paar körper mehr aber ich weiß gar nicht 1 183 gegen doch eins ich muss nur überlegen ob ich lüge oder ob ich die tatsächliche größe sage ich glaube 1 58 ist in meinem pass eingetragen oder 1 63 bin mir gerade nicht so sicher auf jeden fall sind es schon 20 cm ja es ist ein kopf ein kopf ja ein kopf weniger ich gehe dann einfach so weißt du dann so jetzt passt es mit der größe jetzt sehr schön wir wollen die wahrheit der male sehr schön ja die wahrheit liegt irgendwo dazwischen oder zwischen 1 58 und 1 63 aber ich glaube eher 1 58 muss ich zugeben sehr schön eher als 8 50 aber ich habe mich gar nicht als so als so klein in erinnerung weißt du so mini ist dann auch wieder nicht weißt du vielleicht passen einfach die proportionen weißt du ach so klein und rund das passt dann schon das ist so würde würde ich mich beschreiben okay klar ja gut ja das hast du jetzt gesagt aber ich bin nicht um rund vielleicht aber auch nicht so ne du bist nicht rund im gegensatz zu mir so gucken wir mal der bank ist am start der heute morgen auch gestreamt hat also willkommen auch zum stream hyper raid den nilson auch haben wir schon alle begrüßt ja meine schwester am start ich nenne sie normal ist die kleine heute mal halt mal mal mit was förmlich richten angefangen förmlich förmlich angefangen mit vornamen wir duzen uns ja also von daher ist bei mir im stream auch normal wir duzen uns ja also normal ist das weiß nicht ich glaube irgendwann haben gesagt hey du das mit dem sitzen ist irgendwie komisch das müssen wir jetzt mal ändern ich glaube es war letztes jahr so als corona angefangen hat heute so aber bevor ihr überhaupt lange rätselt wer das eigentlich da drüben ist und warum das überhaupt meine schwester ist okay wir haben halt die gleichen eltern ja aber vorher lange rätseln müsste wer denn meine schwester so ist und vorher nur den namen kennt stell dich doch mal kurz vor ja super gerne mache ich das doch also ich bin jasmin das wisst ihr ja jetzt schon und ich mache so das thema für mich ist gamification oder eigentlich fast schon eher richtung games und das ins business zu bringen also in die arbeitswelt und ich zeichne noch ich mache noch podcast ich mache eigentlich recht viel und habe auch ein eigenes start-up mindset heißt das und da ist zum beispiel auch ein bisschen das hybrid der dir folgt raus entstanden oder er hat das selber weitergemacht das ist der alex der alex ja und er hat ein ganz tolles tool für für streamer gemacht aber das kann er dir irgendwann selber erzählen ich glaube ich glaube ich glaube ja das wird jetzt bei mir gerade ganz schön ausschläge machen glaube ich weil ich bist ja herzen du kannst eine herzrate messen ja genau da cheert halt einfach auch mal 300 rein dankeschön und ja genau und das ist so ein bisschen ich mache glaube ich unheimlich viel und habe für wahrscheinlich auch unheimlich viel zu sagen und mich bewegt halt dieses der ganze gaming content also alles was mit games zu tun hat noch das was du machst das möchte ich einfach viel visibler noch in die business so ein bisschen weiter einbringen und momentan bin ich viel auf linkedin unterwegs aber das ja ich weiß nicht macht schon spaß aber ich will irgendwie ein anderes format interaktiver und ich weiß nicht was die leute sehen wollen und ich tue mir das so unheimlich schwer was den content angeht also gehört schon du musst ja da kommen wir gehen wir erst darauf ein was du denn so alles bisher getan hast also hybrid dankeschön nochmal für die 300 bits und hybrid punkt io da könnt ihr auch gerne vorbeisurfen soweit ich weiß stimmt auch dann die adresse also da für streamer heartbeat und so kann man schönen herz sein herz seine herz rate sozusagen anschauen weiß ich dann weil ich hoffe das hat damals auch geklappt ganz kurz abschweifung an der stelle dass ein paar streamer sich auch bei dir gemeldet haben weil du hast mir damals geschrieben und habe ich ja das mal bei king grey glaube ich im discord geteilt und ich hoffe das hat alles auch gut funktioniert mit dem beta test sozusagen ja fangen wir doch mal an wo du herkommst du hast ja jetzt erzählt du machst gamification du bist da im business bereich unterwegs hast dein mindset als startup am laufen was war was war davor was kam noch bevor du jetzt da in diese schiene reingekommen ist also ich war wie weit vorne soll ich denn anfangen vielleicht mit berufsleben also ich glaube kindheit so das kann man erst mal das ist nicht sein wenn ich hab halt ja die hier wieder eine ausbildung gemacht zur mediengestalterin gott da habe ich nicht so viel glaube ich wo ich leuten was beibringen kann also das bin ich einfach glaube ich nicht so mega gut drin ich habe aber schon immer recht viel gezeichnet da bin ich richtig gut drin in dem visuellen geschichten erzählen also wie man das macht das mache ich auch heute noch ich habe dann studiert und im studium habe ich dann aber auch schon als produktgestaltung und ich habe mich aber nicht auf die produkte sondern auf verhalten und psychologie und dadurch dann halt auf kreativität und wie das mit spielmechanismen oder mit spiel zusammenhängt so gemercht und dann habe ich ein bisschen für kleinere agenturen oder größere agenturen gearbeitet und dann für eine sehr große unternehmensberatung aus der ich jetzt raus bin und mache mich ja gerade auch selbstständig und nebenher arbeite ich noch bei einer agentur oder 80 prozent bei der agentur aber eigentlich ist so für mich schon das ziel eine volle selbstständigkeit zu gehen ja ja deshalb so also der dein werdegang jetzt mal beruflich auch gesehen dass man einfach so ein bisschen background hat ja ich wohne noch in der schweiz vielleicht ist es doch interessant sie wohnt halt weißt du jetzt neben dem großen bruder halt nicht mehr auskallt dann musst du erst mal ins ausland ziehen das stimmt nicht und es war jetzt das stimmt nicht das späßle muss sein alles gut alles gut der inzu halt hat das selbst schon geschrieben der inso mit bei dem bruder danke fürs gericht ich mag meinen bruder extrem ja also das ist dein werdegang wie du beruflich herangekommen bist du hast jetzt ja auch zum content produziert auf linkedin hast erzählt was hat sich das gedreht hauptsächlich ich probiere halt super viel aus also ich habe ja auch den podcast den ich ja produziere der anna unnormal heißt wo ich viele also wo es nicht so um mich geht sondern eher um andere zu zeigen dass karriere oder unnormalität was ist was gut ist und zu zeigen dass jeder was inspirierendes erzählen kann und da treffe ich super viele unterschiedliche leute auf linkedin schreibe oder habe ich viel auch geschrieben artikel so über gamification auch games also ich gehe jetzt viel weiter in richtung games mit rein und habe auch linkedin live gemacht aber die linkedin live die sind immer so ein bisschen also linkedin ist nicht so ein cooles format wo die leute so viel interagieren und das finde ich so mega schade weil du kannst nicht wirklich auf sachen antworten sehr du sprichst in so ein leeres wie so ein vortrag eher meinst du ja und deshalb habe ich da auch einfach vorträge mittlerweile es kommt dort ganz gut an aber ich habe jetzt auch ausgesetzt gehabt und auf insta bin ich absolute null also da kannst du mich mit jagen also insta bin ich bin ich glaube ich kann ich nicht gut bin ich nicht schön genug mit fotos machen sagen wir es mal so ich würde auch ich würde das tatsächlich bis zu unterteilen was was ist deine was bewegt ich was 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 ist dein ding wo du sagst hey das macht mir spaß und auf die anderen dinge wie zum beispiel wo man etwas tun kann wo man welches behitel man wie benutzt würde ich dass ich auch noch dann im zweiten teil dann darauf eingehen und ihn zu schreibt auch findet denn dein podcast auch super also hast du schon mal einen fern der auch immer wieder reinhört dankeschön und der läuft auch immer noch was ja immer wieder dann podcasts ist was gar nicht viel folgen sind da schon draußen 16 sinniert und nächste woche kommt eine interessant folge von einer die germanistik studiert hat und jetzt in der games branche unterwegs ist darüber auch immer berichtet und sehr schön ja dann lass uns doch mal ich war auch schon dabei mich gibt es auch zu hören auch ich glaube folge elf oder zwölf war es du hast folge elf elf siehst doch noch die erste zahl dann dürfte folge elf gerne auch noch mal reinhören marley ja aber kommen wir mal zu dem was jetzt auch der konnte dann geht und du hast ja erzählt du bist zeichnerisch schon unterwegs dass da die bildsprache eben auch raus dass du dinge malen kannst dinge zeichnen kannst das ist schon mal ein thematik die man aufnehmen kann was sagen kann okay zeichnen wäre ein thema das man mitnehmen kann halt dann haben wir natürlich die gamification sache wo du gesagt dass das wenn ein topic wo man viel darüber erzählen kann dann hast du noch dein mindset natürlich wo man sagen kann hey das ist eine coole sache die man mitnehmen kann und du hast eben dein podcast auch noch den du eh schon machst und der eben entsprechend da auch schon content eben hat jetzt jetzt die erste frage ich habe in welcher reihenfolge würdest du das in einer tabelle aufschreiben was wäre dir davon am wichtigsten tatsächlich wäre es mir für mich persönlich also für mich als mein kanal wenn also jetzt kein mindset kanal ist wäre es für mich dieses gamification thema am wichtigsten weil mir ist es wirklich wichtig dass die leute verstehen dass gaming ein teil von uns ist in unserer gesellschaft und dass man super viel das ins business übertragen kann und man super viele vorteile dadurch haben kann auch aber auch die negativen seiten anzuschauen das ist ich meine ich habe nicht umsonst meine bachelorarbeit dir gewidmet ähm und den ganzen leuten da draußen die im im in games unterwegs sind und ihr herzblut da lassen und das ist mir einfach ein anliegen deshalb ist es für mich das wichtigste leute darin zu inspirieren dass sie da mehr mitmachen können okay bedeutet also gamification weit oben so wie ich es auslege ja ja genau dann weiter was wäre das nächste auf deiner liste wo du sagst tatsächlich das hier das hier beieinander liegt ist es dann halt auch mein zeit mit reinzubringen was macht mein zeit wo geht es hin so ein bisschen über das start-up auch zu erzählen was was sind da solche thematiken ja wie geht man damit um also mit dem ganzen wir brauchen da gar nicht so etwas detail gehen sondern einfach nur gamification mindset was kommt danach podcast ja gut wobei ich tue mir schwer mit der visualisierung vielleicht kann man das irgendwie gescheit miteinander verbinden weiß ich noch nicht und jetzt podcast das mache ich weiß ich nicht ob der streamable ist weißt du muss man sich anschauen ich das geht nur es geht nicht darum das jetzt zu bewerten wirklich gar nicht sondern es geht erst mal darum was fühlst du mehr du hast das gamification thema ist ganz oben auf deiner liste das mindset podcast da hast du doch dein zeichnen natürlich mit drin die visualisierung das wird so mal in der reihenfolge und ich würde tatsächlich die anderen sachen erst mal alle rauswerfen wir nehmen gamification das ist nicht am meisten am herzen weil ja das wichtige ist wenn man content produzieren möchte geht es nicht darum was die leute sehen wollen sondern was man selbst im herzen trägt das ist meine wichtigste regel für content auch das was man gerne tut das macht man zu content und das ist für mich also die erste regel die ich die ich immer für mich auch sehe das was man gerne tut ist bei online liga bei mir auch so ich mache das super gerne und das merken die leute auch und wenn du das super gerne tust bist du einfach du brennst dafür halt mehr ich sehe gerade nur dass die oya und berg und abschauen die oya und berg und abschauen die oya und berg und abschauen oh thank you thank you very much unsere 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 cousin und die tante schauen zu aus der türkei entschuldigung sorry it's mostly german so we are sorry that this isn't german but yeah it's a german stream so sorry oya und berg that we are not talking in english or in uh turkish what i can't really speak that well but jasmine you can talk a little bit of turkish asperas asperas sehr wenig sehr wenig yeah welcome welcome james flond oya und berg yeah we will switch back to german uh anyways because yeah it's german stream um so hello it's really nice of you that you are watching today you're really happy with this okay so let's go on okay also du machst gerne gamification um das ist würde ich auch erst mal als thema sehen ich würde es gar nicht viel weiter stricken weil ich hatte schon die idee zu sagen es gibt so viele möglichkeiten art zu machen du könntest art machen du könntest sagen ich mach geh auf den stream und zeichne für die leute könnte man tun aber das mache ich ja auch also ich zeichne ja ich weiß nicht ob das interessant ist ich zeichne halt einfach das ist für mich entspannung pur das ist jetzt für mich was wo ich sag das kann ich mega gut und es macht auch mega viel spaß deshalb ist es ich weiß nicht das ist einfach würde ich eh mal also das gehört für mich so irgendwie ich weiß nicht zusammen okay ich würde es dann tatsächlich auch mit drauf nehmen die anderen Themen würde ich erst mal hinten anstellen der Podcast und Mindset das machst du eh schon das Startup das ist dein eines Ding der Podcast ist dein anderes Ding die kannst du natürlich dann immer mit reinnehmen und drüber erzählen aber das Hauptthema ist so wie ich das jetzt auch wahrnehme ist das was du fühlst im Moment ist Gamification und darüber dann Content zu machen so Gamification schwieriges Thema was kann man da machen welche Art von Content gibt es denn eigentlich ähm was wird welche Art von Content ich weiß nicht ich kann überlegen also es gibt einmal diesen Educational Bereich wo du sagst hey ich will den Leuten was beibringen ich möchte ihnen was erzählen das wäre ein Ding was man machen könnte mhm okay also Educational wäre auf jeden Fall das was man machen könnte würde ich erst mal aufschreiben so ähm das gibt's so kannst du natürlich Entertainment machen im Sinne von du machst das wie du es auch beim Mindset schon gemacht hast du versuchst Ideen umzusetzen na und zu zeigen wie man das tun könnte äh auf eine spielerische Art und Weise das wäre dann so ein bisschen so das Entertainment Bereich wo du eigentlich die Leute mehr besparst dass du Sachen erklärst ähm du kannst natürlich aber auch einen Vlog machen das ist die andere Option zu sagen ich mache einen Vlog über das Thema und erzähle wie ich damit umgehe oder was ich denn daily damit tue ähm ich schreibe das ich sind jetzt bloß einfach mal so ja ja hau raus weil ich weiß es ja nicht ich weiß ja auch nicht was interessant für die Leute ist um ehrlich zu sein also ich weiß ja was ich mit dem Thema mache aber ich weiß nicht was interessant ist zum Zuhören was interessant ist zum Interagieren das weiß ich einfach nicht es hört sich blöd an aber es hört sich absolut bescheuert an aber es ist einfach so und das ist ähm man muss halt wissen in welchen welche Bereiche will man erstmal rein und ähm was wäre für dich denn interessant für was hast du eigentlich auch Zeit ne das ist auch immer noch die ganz große Frage ist es für dich einfacher jeden Tag mal online zu gehen oder jeden zweiten oder ein, zweimal die Woche online zu gehen auf einen Stream oder sagst du das ist für dich mhm blöd blöd dass du jetzt feste Termine hast und irgendwie Montag, Mittwoch immer so ein, zwei Stunden online bist nö also ich ich glaube feste Zeiten fände ich besser äh und zwischendrin mal so ad hoc ähm weil ich es dann besser planen kann weil ich ja auch ich kann es ja nicht während meiner Arbeitszeit also ich muss es ja dann für mich auch planen weil ich ja noch richtig arbeite sag ich jetzt mal so und nicht weil ich halt Streamer bin deshalb muss ich es ja für mich planbar machen mhm und wäre auch für mich okay wenn es ein bis zwei Stunden glaube ich äh und zweimal die Woche dann wäre oder einmal die Woche ich muss halt wissen was es dann halt thematisch ist weißt du damit ich es aufbereiten kann und was die Leute halt auch interessieren könnte über das Thema genau das ist halt so das Ding wo ich hadere das Ding ist halt einfach Red Painted Black schreibt auch die Frage ist doch auch für wen du Contest erzeugen willst Schichtwort Zielgruppe muss ich erstmal sagen ist erstmal irrelevant erstmal ist es irrelevant weil darüber kannst du dir Gedanken machen sobald du merkst das funktioniert für dich erstmal geht es darum auszuprobieren zu gucken was macht dir auch Spaß womit erreichst du die Leute und ich glaube die Zielgruppe und alles was danach kommt Marketing Marketing und Marktforschung das sind alles Dinge die würde ich am Anfang gar nicht tun es geht erstmal um das dass du dass du Content machst der dir Spaß macht und wo du einfach selbst entweder Wissen aufbaust also so ein so ein Vlog machst im Endeffekt wo du sagst hey ich baue da Wissen auf oder du gehst halt hin und sagst ich hab schon so viel Wissen und möchte mit den Leuten denen das beibringen educational oder du gehst hin und das haben wir noch nicht aufgeschrieben ist du möchtest dich mit Leuten drüber unterhalten das wäre dann der Just Chatting Bereich zum Beispiel wo du da hingehen kannst und sagst hey ich möchte eigentlich mit den Leuten interagieren mich über das Thema austauschen das wäre dann auch noch eine Idee wie man Content produzieren kann und ich finde die Idee nicht schlecht Red Painted Black so ist es nicht nicht dass du dich da angegriffen fühlst aber ich hab's für mich auch festgestellt dass Content die Zielgruppe die ergibt sich sobald du es tust zumindest ist es auf YouTube so es ist auf Twitch so sobald du etwas tust merkst du ob es eine Zielgruppe gibt oder nicht du bist ja kein Unternehmen das jetzt irgendwie Geld machen muss damit oder irgendwie was tun muss wo du wo irgendwie sich rechtfertigen musst vor irgendjemand anders sondern du machst es ja erstmal für dich als Hobby und du möchtest etwas teilen und deshalb geht's beim Content produzieren erstmal am Anfang vor allem nicht darum wen möchtest du erreichen sondern was möchtest du tun das ist für mich auch die Content Inspiration wenn du das jetzt gerade so ansprichst was ich tun möchte ist halt einfach na einfach ist es nicht aber ich bin halt so in diesem sag ich jetzt mal wissenschaftlichen also in einem umsetzenden Bereich eben tätig mit von Serious Games über Gamification über eigene Methoden machen aber auch tatsächlich Richtung Business unterwegs und ich will halt Leute einfach zum Beispiel einfaches Beispiel Assassin's Creed da habe ich in LinkedIn jetzt drüber gesprochen gehabt vor kurzem wie das zum Beispiel den Bau jetzt von der Notre Dame eben eventuell beflügelt oder mit reinkommt oder was man daraus auch lernen kann wenn man Assassin's Creed zum Beispiel oder die Reihen miteinander hat weil es historisch extrem genau nachgebaut ist und Lehrer benutzen dann gibt es so einen Entdeckermode wo man reingehen kann und solche Sachen es ist halt einfach oder wie viele Spieler gerade vorhanden sind dass der asiatische Markt gerade extrem nah kommt dass die Spielewelt sich dahingehend anpassen wird und ändern wird das sehen wir heute schon da habe ich jetzt ganz kurz reingrätschen du erzählst jetzt genau das was du Content machen kannst du erzählst gerade dein Content ja weißt du worauf ich hinaus will ja okay also du erzählst gerade du bist so begeistert davon du kannst Stunden darüber reden du musst es jetzt nur noch hinbekommen dass du das was du jetzt gerade erzählen kannst und was du stundenlang erzählen könntest in ein Format packst das halt eingängig ist dass eben die Leute auch begeistert wo sie jetzt keine eine Stunde zuhören müssen sondern vielleicht 10 Minuten und das wäre jetzt zum Beispiel das wäre informativer Content und educational Content auch und das kann man zum Beispiel richtig gut auf YouTube machen du könntest jetzt das Gamification Thema nehmen könntest genau das über Notre Dame nehmen und dazu ein Video machen zum Beispiel aber kein Stream dann sondern Video ne dazu ein Video weil das ist das ist Content da brauchst du niemanden der mit dir interagiert und das ist das was die Leute auch teilweise beim Streamen nicht verstehen und wo ich auch immer wieder merke was die Leute nicht was die Leute nicht verstehen dass Streamen kein keine Bespaßung Beschallung ist von Leuten sondern es geht darum mit anderen Leuten interaktiv etwas zu tun weil dafür ist Streaming da du hast die Live Audience die mit dir zusammen einen Chat erlebt und du unterhältst dich mit ihnen natürlich auch auf eine unterhaltende Art und Weise und du kannst nicht immer auf jeden eingehen aber das ist halt was anderes wie YouTube und das was du gerade getan hast das erzählen von warum Notre Dame etc das kannst du im Stream tun aber das sollte nicht dein Haupt-Content bei einem Stream sein sondern das ist YouTube-Content im Endeffekt aber da fehlt also ja verstehe ich was ich da was mir dann halt immer so fehlt ist halt okay ich vergleiche es jetzt mal so vielleicht ist das wo ich näher dran bin ich halte ja zum Beispiel auch viele Vorträge und so das ist ja eher wie YouTube weil da ist es danach da kann ja niemand mit mir antworten aber was mir dann halt immer ja gut aber das wäre ja dann echt wie YouTube das heißt danach würde dann jemand unten drunter schreiben fand ich gut fand ich nicht gut okay verstanden passt weil mir fehlte halt so ein bisschen das Feedback dann weißt du weil es gibt ja gut da musst du dann halt ich hasse den Algorithmus ich verstehe den Algorithmus halt einfach ich hasse das du musst so viele Algorithmen optimieren das nervt also wir kommen zu technischen Seiten kommen wir noch also nicht technische Seiten aber die Dinge die dann da kommen wir noch dazu was man da machen kann damit man und auf was es auch ankommt ich gebe dir eins mit jede Woche mindestens ein Video mindestens jede Woche ein Video das musst du halt irgendwie hinbekommen dass du Content produzieren kannst den du jede Woche produzieren kannst weil sonst lohnt sich für dich wenn du damit Reichweite generieren möchtest wenn es nur ein Hobby ist ist es egal dann kannst du auch jeden Monat nur eins raushauen aber wenn du eine Reichweite aufbauen möchtest solltest du mindestens jede Woche ein Video rausbringen weil das bevorzugt auch der Algorithmus und je mehr Leute das sehen in der Regel die mich ist in Abständen desto besser wird es auch also das heißt eigentlich vorproduzieren erstmal und dann hochladen da könnte ich aber dann auch den Podcast einfach nehmen jetzt dann als Video machen und dann hochladen zum Beispiel okay dann kann man da verschiedene Playlisten machen da auch ein Tipp tu doch den Podcast du hast ihn ja veröffentlicht als ein zwei Stunden Version und schneid ihn auf YouTube mach mehrere Teile draus und dann hast du zumindest Content der wöchentlich rauskommt oder der alle zwei drei Tage rauskommt weil auf YouTube du kannst ja unter dem Video sagen hey wenn ihr euch das ganze Ding anhören wollt geht auf auf den Podcast dann geht es in voller Länge dort und dort und auf YouTube würde ich den Stücklesweise beöffentlichen zum Beispiel oder nur Ausschnitte und sagen hey wenn ihr das ganze Ding hören wollt geht dorthin wo es halt ist das wirklich so zusammenschrumpfen weil YouTube ist für ein Podcast ich merke das bei mir selbst immer wieder eine Stunde Video guckst du dir auf YouTube halt super selten an zum Zuhören super und dafür gibt es aber andere Plattformen und ich bin auch ein Fan davon zu sagen trenne deinen Content auf YouTube machst du dein YouTube Zeug auf Podcasts auf der Podcastseite machst du dein Podcast Kram und du kannst beides miteinander verbinden indem du Werbung machst für beides aber bring nie dein Content den du irgendwo für was anderes vorgesehen hast auf einer Plattform wo der eigentlich nicht so gut funktioniert zum Beispiel mache ich deshalb meine Streams siehst du bis auf den Manager Talk siehst du keine Sachen mehr vom Stream bei mir auf dem YouTube Kanal weil das ist dein die Zuschauer wollen haben ja eine Erwartung an den Content den du produzierst und auf YouTube hast du eine gewisse Erwartung was auf YouTube für dich interessant ist auf Podcast ich kenne jetzt gerade keine Seiten jetzt auf die Schnelle weil ich da nicht so aktiv bin aber auf Podcastseiten erwartest du halt einen Podcast der auch mal länger gehen kann auf Twitch erwartest du ganz andere Dinge wie bei YouTube auf Twitch möchtest du Interaktion haben möchtest mit einbezogen werden als Zuschauer auf TikTok möchtest du ganz kurz einen schnellen Content haben und so weiter deshalb ich würde die Separation of Content heißt das dann im Endeffekt und das ist das was für dich vielleicht auch essentiell ist du machst auf LinkedIn deine Vorträge zum Beispiel du kannst dann auf YouTube jetzt das was du gerade getan hast dieses Erzählen von interessanten Thematiken im Gamification Bereich so über Notre Dame und warum das mit Gamification zu tun hat solche Themen da reinbringen warum wie Gamification sich auf einzelne Projekte auswirkt oder was Gamification bedeutet wo es eingesetzt wird das wäre zum Beispiel YouTube Content für mich jetzt also das ganze educational Zeug sagst du wäre alles alles YouTube das hat wenig mit Twitch zu tun du kannst das natürlich auf Twitch auch benutzen und anschauen okay und das was das heißt dass man dann das heißt dass man dann das YouTube Video nochmal zerlegt sozusagen und anschaut und sagt okay was haltet ihr davon und habt bla 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 oder wie gar nicht mal du musst ja nicht mal das YouTube Video zeigen mache ich manchmal auch ganz selten so Dinge aber du kannst ja dann du hast ja das Wissen schon und da was du jetzt machen kannst ist von YouTube deine Leute zu nehmen die das Video gesehen haben sagen hey im YouTube Video hey wenn ihr euch drüber unterhalten wollt kommt doch auf meinen Twitch Kanal ich bin immer online an dem und den Tagen und dann gehst du auf Twitch mit dem Wissen das du eh schon hast und unterhältst dich mit den Leuten genau über das Thema okay also so eine Unterhaltungsform also eher so ein Chat oder man kann ja wenn du gerade noch Bock hast das geht ja um dich wenn du auf sowas Bock hast dass du sagst ich möchte live mit den Leuten interagieren naja also ich finde es schon interessant was andere da zu sagen und auch das Thema Gamification ist ja was was viele super anders verstehen ich lege es halt spezieller aus vielleicht als andere jetzt lese ich zum Beispiel auch dass mein Leben interessant ist aber ich weiß gar nicht warum es dann warum sollte mein Leben an sich dann also ich mache ja nichts du gehst immer ganz kurz da möchte ich wieder reingrätschen beim Stream wenn du das machen möchtest mit Usern interagieren geht es nicht um Einzeltopics es geht nicht darum jetzt über ein Thema spezifisch in diesem Stream immer wieder zu reden weil es wieder ein Vortrag ist sondern du gehst halt online und sagst hey lass uns mal sprechen was ist Gamification was ihr bis jetzt nicht verstanden habt du kannst so einen reißerischen Titel nehmen oder Gamification wie kannst du es in deinem Leben anwenden zum Beispiel damit könntest du zum Beispiel auf Twitch online gehen und dann kommen die Zuschauer rein und du kannst mit ihnen dich dann unterhalten darüber hey wie würdest du den Gamification anwenden was würdest du tun also eher so Fragen stellen und dann ein bisschen darauf antworten zum Beispiel weil ich finde ich finde es halt super interessant also ich habe wenn ich halt solche Talk nicht es ist ja nicht auf Twitch aber wenn man solche Events ja besucht und so Networkings hat und ich hatte einen Talk vorher dann hast du ja manchmal so Networking danach und dann werde ich ja auch solche Themen gefragt die du gerade gesagt hast wie wende ich das auf mein Leben an Freeletics ist es denn sinnvoll werde ich da gebrainwashed lauter so Zeug also die Fragen kriegst du ja dann schon gestellt und da geht es ja dann auch in so ein interaktives Format aber ich finde es halt so schade dass es halt immer so weniger und exklusiv ist und ich weiß nicht das ist das was mich halt stört was stört dich nochmal genau weil das halt dann immer so klein ist und das kann es ja nicht jeder immer angucken sondern es ist dann immer nur so exklusiv und das stört mich dass das immer so wenige dann haben oder erreicht und ja das sind immer ähnliche Fragen also ich bekomme super häufig was ist Gamification ja und die Frage wirst du jedes Mal in deinem Stream beantworten müssen jedes Mal das ist normal also aber du hast da die Leute halt live dabei und manchmal hilft dir auch der Chat dabei so wie es auch Inso schreibt ist so Geschichten da kommen wir gleich dazu was Inso geschrieben hat auch was Red Painted Red Painted Black geschrieben hat mit dem YouTube dass es andere Bedürfnisse sind andere Zielgruppen ja das ist auf jeden Fall interessant und spannend was passieren wird du kannst viele Fragen dann durch Videos abdecken ich habe das auch bei mir festgestellt ich mache ein spezielles Thema aber das deckt halt auch sehr viel ab was gerade diesen Bereich mit Content angeht was da Zuschauer kommen auf dich zu und die stellen dir halt wirklich oft die selbe Frage weil sie einfach noch nicht dabei waren aber wenn du auf dem Stream bist kannst du diese Frage beantworten weil du hast sie ja live dabei und mit der Zeit hast du halt Zuschauer die dann auch Wissen aufgebaut haben und vielleicht schon im Chat antworten ohne dass du selbst drauf antworten musst das passiert auch ja ich kenne das von von meinem Liebling einer meiner Lieblingsstreamer über One Piece da antworten dann seine Fans für den weil du dann das Thema du hast eine Community aufgebaut die sich für das Thema interessiert und die können mit dir zusammen den Stream besser machen und darum geht es ja im Stream ist das denn ein interessantes Thema jetzt mal ohne Witz interessiert es überhaupt Leute ist doch egal ausprobieren ah ok stimmt interessiert sich Leute keine Ahnung kann ich dir nicht sagen es geht aber erstmal darum ob du das toll findest ich auch nicht und ich weiß dass du das Thema toll findest und es wird am Anfang zäh sein ja du wirst am Anfang deine keine Ahnung wenn du halt anfängst anfängst mit Stream wird es halt am Anfang bloß ein paar Menschen halt interessieren und dann machst du vielleicht nur ein zwei Stunden Stream ja aber später ist es auf einmal das so groß dass du denkst boah was ne und du kommst gar nicht mehr zum Ende dann teilweise aber einfach mal anfangen einfach mal ausprobieren und wirklich sich raussuchen wenn du sagst du brauchst da Planung dafür wegen der Arbeit wirklich ein zwei einen Tag vielleicht sogar nur in der Woche sagen ich bin jeden Tag einmal online und das Wichtige ist Streaming allein wird dir nicht helfen Reichweite zu generieren und das Thema an die Leute zu bringen ich würde tatsächlich erstmal mit YouTube anfangen ne eben erst mal YouTube anfangen bitte oder andere Dinge du machst ja schon LinkedIn ein bisschen versuch die Leute auf LinkedIn ein bisschen zu aktivieren ey aber LinkedIn ist so eine schwierige also mal ohne Witz das sind so teilweise ist halt anders das sind halt Businessmenschen das ist ein anderes anderes Metier nein es sind teilweise auch dumme Menschen einfach ja die gibt es aber überall sorry also das meine ich nicht diffamierlich aber wenn du in so einer Bubble bei LinkedIn bist dann kommst du aus dieser Bubble nicht mehr raus dann hast du Leute mit denen du auf einmal nicht also ja ich verstehe dich aber das ist ein anderes Thema lass mal außen vor das sperren wir mal weg du hast auf LinkedIn auf jeden Fall schon eine gewisse Reichweite und kannst versuchen die Leute auf dein YouTube zu bringen auf dein Twitch zu bringen was auch immer und fang doch einfach an mit diesem Gamification such dir ein paar Themen raus wie jetzt ist es mit Notre Dame mach dazu ein, zwei Videos mach Videos dazu bring die auf YouTube wenn du auch Twitch machen möchtest das ist ne dann dann mach das erstmal ein, zweimal die Woche ähm und mach dort einfach Talks über das Thema ne einfach Just Chatting anwerfen online gehen gucken wer dazukommt ein bisschen unterhalten einfach drüber reden oder wenn du irgendwas tust wo du was recherchierst wie wenn du zum Beispiel recherchierst das kannst du tun du recherchierst zu deinem Video und machst das du recherchierst über dein das nächste Video auf Twitch dass du irgendein Content hast weil du wirst am Anfang keine Zuschauer haben wenn du Twitch machen möchtest recherchierst du deinem nächsten Video was es für tolle interessante Videos Informationen gibt vielleicht machst du schon Bilder dazu zeichnest irgendwas und äh tust vielleicht auch noch sogar schon am Anfang des Videos zu schneiden einfach dass du Content hast aber das ist nicht dein Hauptziel dein Hauptziel sollte es sein dass Leute im Chat auf einmal aufmerksam werden bei dir vorbeikommen und sagen hey hi Jasmin wie geht's dir hey cooles Thema ähm was ist Gamification und dann hörst du auf mit dem Zeug was du machst und redest darüber was Gamification ist und dann kannst du so Interaktion machen dein Ziel ist eigentlich Interaktion zu haben aber damit dein Stream nicht ohne Content ist tust du halt Dinge die du eh normalerweise tun würdest ne Videos vorbereiten Sachen zeichnen äh Gamification recherchieren und so weiter und so fort also wenn ich jetzt zum Beispiel also nur mal so als Beispiel wenn ich jetzt also das hat aber jetzt mit mit Gamification erstmal nichts zu tun sondern das ist Visual Storytelling wenn ich jetzt zeichne auf meinem iPad für einen für einen Auftrag sag ich jetzt mal das ist ja jetzt nicht unter einer NDA für Fiverr dann wo ich die Banner mache dann das Streamen und wenn dann jemand fragt was ich mache dann sage ich okay ich mache Visual Storytelling ähm und eigentlich mache ich noch äh Gamification in dem Bereich mit drin und äh hau das dann sozusagen genau du kannst es du kannst einfach machen du machst einfach einen Streamtitel mit hey Gamification was bringt das zum Beispiel als Frage das ist so ein bisschen clickbaity Titel aber das kannst du machen und schreibst dahinter äh oder tust du halt zeichnen währenddessen und wenn jemand reinkommt was Gamification ist dann tust du es halt erklären oder wenn du halt zeichnest erklärst du warum du das zeichnest so als ob halt Zuschauer da wären das ist auf jeden Fall das was du machen könntest und also so wie als einfach Mockit am Anfang ja also du brauchst halt im Endeffekt etwas du kannst dich einfach vor die Kamera setzen und sagen gut hier bin ich äh lass uns mal schwätzen das geht wenn du schon Zuschauer hast wenn du aber keine Zuschauer hast ja klar aber wenn ich keine habe dann kommt jemand rein und guckt dich an und denkt sich ja cool da sitzt jemand also ich darf dann ich darf dann meine Gedanken einfach so reden so wenn ich jetzt zeichne dann sage ich okay der macht jetzt also ich habe ja Leute die kommen aus dem ich habe jetzt Aerospace gehabt also jemand der aus dem Raum und Luftfahrt zeichnet also was gezeichnet haben will muss ich mir überlegen wie visualisierst du das okay was ist das überhaupt dann googelst du dann ist das ein Flugzeug dann machst du das Flugzeug wo setzt du das hin ja und das bereite ich schon vor aber das sind also das sind aber das hat ja dann mit Gamification zu dem Zeitpunkt ja noch nichts zu tun noch nichts genau da musst du dann das hat erstmal nichts damit zu tun ganz kurz Inso auch wollte eigentlich wieder gehen dich spielen was gegen mich spielen Inso achso ne nicht gegen mich ach gegen Dille wolltest du wieder spielen zeichnen und dabei unterhalten genau das haben wir gerade gehabt was denkst du beim zeichnen hat er genau das haben wir gerade eben gehabt werden wir spazieren teilschauen Dille sehr schön beim spazieren gehen genau da Frankie schreibt schon das hätte ich dir auch in Polen guck dir mal Fanti TV an der macht nichts anderes der zeigt seine Arbeit wie was er tut hat dann sogar denjenigen dabei der mit ihm über das Thema spricht also wie bei dir genau wie bei mir wo halt einfach den Gast dann da hat wo er halt eben dann auch sich unterhält mit ihm und sagt hey was denkst du darüber und soll man das vielleicht so machen und so kannst du im Endeffekt auch hingehen und sagen du machst du zeichnest erstmal äh tust halt die Dinge machen oder du recherchierst zu einem Thema also wenn du Gamification speziell machen willst dann würde ich sagen recherchier deine Videos guck was du alles für Infos drin haben willst plan dein Video schon auf dem Stream und sagst hey Gamification Planung des Videos oder irgendwie ne oder irgendwie so okay verstanden es ist also jetzt zum Beispiel wenn ich heute mit der Devcom gesprochen hab ähm oder gestern mit dem äh Kongress von äh Gamescom und was da interessant sein könnte an Themen das dann einfach auch sharen und dann solche Dinge das könnte man dann so wenn du es veröffentlichen darfst das ist ja immer die Frage wenn man die Sachen veröffentlichen darf gerne ja also momentan ist es ja nur ein Gespräch was man da hält also ich finde es ja super interessant was ja was die ja dann wieder mitteilen oder was das für Leute auch sind oder was die auch machen das wissen ja viele auch gar nicht und hat dir dann auch wieder okay gut verstanden weil für einen habe ich zum Beispiel auch was gezeichnet und die hat sich dann mega gefreut weil ich finde okay jetzt schweife ich ab okay aber ja ich ihr seht ich weiß Robi ich habe dich gelesen Robi keine Sorge Mai Halder bin wir Jasmis LinkedIn Post hier gelandet oh sehr schön grüße ja ich habe ihr auf LinkedIn gepostet ja siehst du manchmal hilft LinkedIn dann doch ja und Red Painted Black denk an Bob Ross der der erste Mensch der im Fernsehen gemalt hat warte einen Moment machst du jetzt Haare vielleicht naja ich kriege sie nicht hin warte einen Dutt oder aber ich habe Bob Ross warte ich habe ihn ja wo habe ich ihn wohl in meinen Mindset Karten habe ich ihn sehr cool ja du kannst auch mal deine Mindset Karten nehmen einfach sagen hey lass hier meine das sind die Kerzen mit denen spiele ich was auch immer das kannst du auch mal machen also du kannst wirklich in dem Bereich vor allem und ich glaube das ist was man verstehen muss jede Plattform hat ihre Zuschauerschaft und jede Plattform hat andere Interessensgruppen Twitch ist was komplett Fremdes anderes weil du nicht du machst bei allen anderen Formaten außer beim Livestreaming speziell auf Twitch geht es darum den Leuten zu präsentieren zu zeigen und der Hauptakteur zu sein und der Hauptdarsteller zu sein beim Twitch Streaming bist du nicht der Hauptakteur du bist die Plattform schöne Zeichnung okay ja er wollte irgendjemand wollte eins sehen also deshalb hier der nice one aber er war halt der Zeichenstrewer der Silberrücken sehr schön red painted black und geile Zeichnung auf jeden Fall gib mir mal einen Stream auf deinem Kanal wie was ich sehe das soll mal auf meinem Kanal Stream nein ich muss meinen eigenen Kanal aufbauen nein nimmst du das ganz einfach ich kann sie hosten auf meinem Kanal aber ihren Kanal kann sie dann selbst einrichten und vor allem hat sie dann du hast schon einen dann wie heißt er denn na Jasmin unterstich Karatas aber der ist noch ganz hässlich glaube ich so heiß ich du hast das letzte Mal No Game gemacht du warst noch nicht live ja dann wird's wohl Zeit irgendwann und der Insul auch also ich hab glaube ich irgendwann mal live gemacht aber ich war das war das und jetzt kommt das was wir tun wir sind wegen irgendwas ganz speziell hier aber ich merke gerade der Chat hat gerade so ein bisschen Interesse deshalb jetzt kommt das Interaktive wieder ins Spiel stark Mangamäßig fragt der Insulano deshalb erzähl mal ein bisschen was zu dem wo dein Zeichenstil herkommt oder was du gerne zeichnest tatsächlich bist du mal wieder dran schuld super danke mein Bruder hat früher kennt ihr noch die Comics von früher so Fathom oder Witchblade und so gelesen so die Comics und ich war schon immer gut im Zeichnen und dann so mit 16 ne Quatsch also ich 14 du ungefähr dann 18 da war ich 12 du 16 hast du ja die Comics so ein bisschen gesammelt kannst du dich noch dran erinnern ja und Tomb Raider und so und natürlich als Mädchen magst du süßere Sachen und so aber ich hab äh tatsächlich super viel Comic gezeichnet also wirklich die diese amerikanischen Comics und daher konnte ich mir nie die Comic-Hand abgewöhnen und ich hab's versucht ich hab ja Produktgestaltung studiert diese coolen geilen männlichen ah ja hier Zeichnung hat nie geklappt und dann hab ich's einfach akzeptiert und heute ist es mein Zeichenstil und mittlerweile fragen das auch äh letzt hab ich eins gezeichnet für einen Kanal der hat über hunderttausend Follower in YouTube ähm für den hab ich jetzt das neue für den neuen Kanal was gezeichnet oder für andere Streamer manchmal mögen die den 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 das Design was ich mache das ist ein bisschen anders aber ja es ist halt handgezeichnet jetzt mal auch wieder da die Idee wenn du solche Aufträge hast warum machst du das nicht auch zu Content weißt du warum gehst du nicht live auf Stream gehst in Art-Bereich und sagst hey cool ich zeichne heute für Streamer XYZ dem schickst du am besten noch den Link und sagst ey guck mal ich geh mit deinem Content live und du musst mit ihm zusammen dann dran arbeiten zum Beispiel coole Sache ne da hast du gleich dieses ja also das ist ja zum Beispiel für einen gewesen der macht das für Twitter den Comic intern hab ich nicht ich hab's nur aus außenrum gezeichnet aber ja liebe Grüße an Jasmin und freut mich dich auch auf Twitch zu sehen liebe Grüße von Growth Engine E auf jeden Fall Ah ich weiß es ist öfters Geweiße zu sehen und mehr damit zu machen so auch die Brücke zu schlagen in die Business Richtung lass knacken lass knacken noch und viel Spaß euch beiden Dankeschön Dankeschön ich wollte dich nicht unterbrechen äh äh Tim und Shane alles gut das ist Streaming wir sind wir sind nicht perfekt wir sind nicht beim Fernsehen ganz wichtig zu verstehen ähm ich find's super spannend also gerade das Thema du machst ne du machst viel Zeichnungen du hast Gamification in dem Bereich kannst darüber viel erzählen ähm bring das einfach als also für mich das musst du nicht tun das ist auch ganz wichtig habe ich am Anfang nicht gesagt alles was ich was ich heute von mir gebe das ist nicht meine Entscheidung das ist nicht mein ähm meine Verantwortung das ist alles deine eigene Verantwortung deine Entscheidung du musst selbst dann entscheiden am Ende was möchtest du tun ich kann dir da nicht reinreden das kann auch kein anderer weil das ist dein deine Sache ich ich tue mir halt so schwer das zu entscheiden weil ich nicht weiß also den Podcast habe ich halt das ging einfacher weil ich da wusste ich mache das für andere und ich ziehe das so ein bisschen durch ähm was ich selber für mich machen will fällt mir unheimlich schwer weil ich dann nicht weiß interessiert das überhaupt also wo du gesagt hast gut okay ich soll das weg machen aber das Denken ist halt trotzdem immer noch so ein bisschen vorhanden das ist wie ein interessiertes überhaupt als was ich hier tue mhm ja scheinbar schon siehst du scheinbar schon aber ja also ich äh ja also es ist halt ja ich weiß aber das ist so komisch für einen wenn du auf einmal gesagt kriegst also ich hab mal von einem ich geb dir jetzt mal warte mal wir machen jetzt eine Sache ich lass dich jetzt mal fünf Minuten alleine du hast ein paar Fragen da stehen wir werfen dich jetzt mal ganz kurz ins kalte Wasser ich geh wirklich weg ich hör nicht zu ich komm danach zurück und frag dann die 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 Leute im Stream im Chat wie es war du hast jetzt fünf bis sagen wir mal acht Minuten Zeit dich mit dem Chat du siehst ihn ja unterhalte dich mal mit dem Chat wir probieren das einfach aus und äh also ich kann ihn aber nicht hoch und runter scrollen ne nur dass ihr das wisst ihr müsst dann vielleicht Fragen doppelt schreiben weil ich nicht alles sehe also ich bin ja nicht der Gerhau abgerauken dann bin ich jetzt ganz kurz ja ich muss auch pippen aber das ist wieder eine andere Geschichte aber ich will das jetzt mal ausprobieren ich komm danach zurück Chat und wir schreiben wir fragen dann per Poll wie gut es war okay dann dürft ihr jetzt mit Jasmin euch unterhalten danke geh rauchen gehört dir also Insulaner 15 falls ich das richtig lesen kann ähm machst du das selbst hast du gesagt machst du selbst mehr als nur Bilder was meinst du damit Animationen GIF-Animationen ja kann ich ich mache auch Konzepte für Games ähm ich mache Geschichten für Games ähm ich will mich jetzt in äh Animationen machen wie ich an die Aufträge komme ähm ähm ich habe ein Fivergig also das war aus Juxa einer Dollar Reis ist entstanden und ähm ich habe aber auch ein eigenes Unternehmen und da schreiben mich Leute dafür auch an teilweise wenn die wissen dass ich das mache und ja auch eben super viel durch Empfehlungen Kontakte in die Branche ich bin jetzt kein gelernte Illustratorin ähm ähm aber ich habe teilweise auch Buchanfragen jetzt gehabt mit drin ähm heute habe ich wieder eine Buchanfrage gehabt ähm ich mache halt eigentlich nur LinkedIn also ich habe nur LinkedIn Banner gemacht und da der Gig halt ziemlich gut bewertet ist kommen halt jetzt super viele andere Fragen dazu und so entwickelt sich das dann immer weiter ich habe schon Videos gezeichnet ähm ja und äh und euch ist allen langweilig dass ihr seid ihr beim Teil okay und ähm ja ich glaube der will eine rauchen gehen äh um ehrlich zu sein und ähm ich glaube ich kann nicht ja ich kann wenn ich bei ihm im im Chat rum bin dann kann ich im Chat scrollen definitiv ähm und von daher peinliche Geschichte aus dem Teil seiner Kindheit ja das ist jetzt gemein wenn das kommt ach komm also was ich sagen muss ich er ist auch super kreativ ähm wie ihr seht ähm er ist auch super im Schreiben ähm peinlich mir fällt keine peinliche Geschichte eigentlich ein eigentlich nur solche er ist mein großer Bruder es ist so eine Superhero-Geschichte und ich finde es halt so schön dass er halt für sich selber das Gaming halt jetzt so für sich auch wieder groß entdeckt hat und ähm für sich auch macht und für mich ist es halt ein großer wichtiger Teil ähm der halt einfach ja ich sehe halt ich sehe halt wie viel Spiel halt einfach bewegen kann ähm und ähm ähm ja bei solchen Aufträgen ähm wie du ähm in Solana schon fragst kommt es drauf an also Fiverr ist halt eben Low-Cost äh muss ich zugeben aber das geht von äh äh sehr tief also von 100 bis äh teilweise je nachdem 3000 oder noch höher es kommt immer drauf an wie lange und wie kompliziert und ähm meine größten Projekte ähm war für einen CEO von einer großen Bank ähm und für einen CIO von einer äh Company die in in der Schweiz äh in WW liegt das war meine größten Aufträge ähm und ja von daher ist es so ein bisschen ein Mix jetzt gerade was ich da an euch ranlabere aber das ist so das wie ich es auch kombiniere also mir gibt halt dieses Emotionale mit dem Spielen also das ist für mich die Aki diese Emotion Value Based ist für mich halt auch das warum ich zum Beispiel Geschichten visualisieren kann und eigentlich gut visualisieren kann durch diese diesen Link der Emotionalität und das ist für mich das ich will das was ein Banner das auslöst was was man hat das Gefühl im Spiel wenn du was gewinnst so oder wenn du einen Avatar gestaltest ja so ich hab zugeschaut ich hab mein Handy mitgenommen ja du hast gemerkt du kannst auf einmal erzählen einfach weil die Leute Fragen stellen einfach weil sie ähm Interesse haben ja und das ist das was das Wichtige ist und zum Beispiel jetzt Insulana fragt auch lebst du davon komplett nein ähm ich kann davon nicht leben komplett ähm aber ich kann mir einen guten Urlaub davon leisten äh mein Ziel ist es also von ist es aber das zum Beispiel auch ähm finanzielle Unabhängigkeit das ist Ziel deshalb ist mir schon ein Anliegen dann auch nachhaltig äh Produkte zu gestalten und nicht nur Dienstleistungen dann erzähl mal weiter äh ja es ist halt es ist halt einfach wie soll ich denn sagen das Problem ist halt dann wenn ich jetzt halt einfach so weiter erzähle dass ich mich halt anfange im Kreis zu drehen ja dann geh auf die geh auf den Chat ein genau ja aber das ist doch das ist auch also es ist nicht komisch wenn man nur die Fragen beantwortet es geht ja darum dass du du erzählst ja von dir selbst und das wollte ich dir jetzt auch als Feedback geben ähm du erzählst ja viel von dir selbst und das kannst du auch tun aber gib den Leuten auch die Zeit oder frag dann die Leute ähm stell eine Frage in den Chat frag dann an der Stelle hey habt ihr schon so etwas gemacht was was habt ihr schon erlebt in eurem Leben ne ihr würdet es überhaupt jetzt die Leute die da sind interessieren was was Gaming und Gamification so macht ähm weil du sagst ja jetzt auch also Insulana sagt jetzt gerade verständlich sprechen ja ich nuschel gerne das muss ich noch ein bisschen besser machen äh und kein Denglisch aber wenn ich halt Gaming Begriffe habe ist es halt super schwer nicht im Denglisch zu sein kannst du mir da kurz sagen da wird anders was du meinst und zwar du bildest ja dann im Endeffekt ein Glossar einen Wortschatz den du halt aufbaust und die Leute verstehen dich dann irgendwann und erklär dann die Begriffe wenn jemand fragt hey was ist denn das dann erklär was das ist und ja der Chat führt dich eigentlich so ist es Marley äh deswegen seid ihr hier und es ist ja eine Interaktion ne du kannst dann zum Beispiel auch fragen hey welchen welchen Zeichen welchen Zeichenstil findet ihr zum Beispiel schön da kannst du hingehen welchen Zeichenstil findet ihr schon da kannst du ey da ist ein neuer Zeichenstil was ist das eigentlich für Zeichenstile und kannst ein bisschen erklären wenn du ihn kennst wenn ich fragst halt nochmal mhm okay ähm und wäre es denn eigentlich interessant weil ihr ja auch Gamer seid zum Beispiel was Online Liga also ihr seid ja jetzt in Online Liga unterwegs ja zum Beispiel warum das für euch interessant ist welche psychologischen Grundlagen dahinter liegen ähm wer ist sowas interessant ich stelle die Frage ganz einfach warum warum spielt ihr Online Liga das ist die und dann kann es komplexer werden ja aber das ist ja aber das ist ja dann warum spielt ihr Online Liga ist ja die Frage warum sie das Gefühl haben aber das spielt ja nicht auf die psychologische Grundlage dann an ja erstmal nicht erstmal geht es darum warum spielen Leute warum spielt warum geht ihr morgens online und spielt guckt euer Ergebnis an das weiß ich jetzt halt weil ich ja schon öfters aktiv bin ähm einfach erstmal erstmal anfangen mit einer einfachen Frage und du kannst dann ja das Thema vertiefen mit der Zeit ja ich denke halt zu komplex so Jungs erzähl mal warum warum spielt ihr eigentlich Online Liga erzählt mal so Marley zum Beispiel oder Inzu Robi ne warum spielt ihr Online Liga ne der Domo Hamachi auch ne und wenn dann irgendwas lustiges kommt wie Domo das ist so ein kleiner interner ich gehe immer ohne Content on und hoffe die Community dass die mir welchen bringen das ist Domo Tomati weil wir auf Enttäuschung stehen wegen der Community ja wegen der Community vor allem und dann jetzt du weißt ja nichts darüber was wäre die nächste Frage zum Beispiel wegen der Community was würdest du da jetzt fragen Jebe was macht für euch die Community aus also warum ist die Community so extrem wichtig das könntet ihr ja auch woanders haben in einem anderen Spiel warum bei dem Spiel ja warum warum gerade bei Online Liga weshalb das ist aber dieselbe Frage da würde ich ich würde eher darauf eingehen was macht denn die die bessere Frage wäre an der Stelle was macht diese Community denn für dich besonders ja stimmt hey das ist aber interessant weil du kannst dadurch die ganze Game Recherche eigentlich machen die du sonst echt schwer bekommst zum Beispiel cool Fußball verbindet zum Beispiel bei Mali aber Fußball aber warum verbindet das für dich also warum ist es Fußball warum sagst du Fußball verbindet also was macht Fußball mit dir das ist ja eine ganz spezielle Sportart Mali was bedeutet für dich denn Fußball oder wie bist du denn dazu gekommen ich kann nicht gut Fragen stellen also ich muss mir aufschragen bessere Fragen stellen ja nicht so nicht so wissenschaftliche Fragen sondern eher auf die Person oder auf die Gefühle auch ein bisschen eingehend so Mali könnten wir jetzt fragen hey hast du schon mit in der Kindheit Fußball gespielt oder wie bist du überhaupt zum Fußball gekommen was bedeutet für dich ja bei mir weißt es was bedeutet Fußball für dich das sind so Fragen die dann einfach die persönliche Emotionen auch ein bisschen hervorrufen und die Person dann auch etwas damit verbindet und das ist halt auch für mich zum Beispiel interessant weil ich ja selbst auch was damit verbinde weil ich ja selbst auch in der Kindheit Fußball gespielt haben und dann kannst du anfangen wenn du so eine Frage gestellt hast und der dann antwortet ja in der Kinder ach ja ach bei mir war das auch so ich hab auch mit 5 Jahren mal angefangen zu kicken und in der F-Jugend und dann kannst du wieder was erzählen von dir aus der Fragestellung heraus und so kannst du ja auch kannst du weitermachen bei dir auch mit deinen Thematiken das heißt dann wenn ihr jetzt wenn ihr jetzt über Fußball redet dann würde ich jetzt sagen okay also für mich war jetzt Fußball dadurch dass du es gespielt hast ich war halt immer das Maskottchen und hab außen ich war wirklich Maskottchen kein Scherz ich hab das Trikot angezogen bekommen und stand immer außen und hab geklatscht die ganze Zeit oder bin mit dem Ball rumgerannt und hab angefeuert wie eine Wilde das verbindet für mich Fußball also ich hab's nur ich mag nur meinen Bruder oder hab nur meinen Bruder gerne zugesehen so Fußball im Fernsehen ist kann ich mich mitreißen lassen ist aber nicht so mein Ding muss ich sagen jetzt dürfen wir den Chat nicht verlieren naja die Community hat sich ja erst um das Spiel entwickelt ich fand das Spiel vom Design toll und bin dann hängen geblieben weil es an sich auch nicht viel Aufwand war zumindest am Anfang es hat sich ja eine Liebe entwickelt bei Robi schön und in Solana halt ich spiele weil ich eine Ablenkung für mich aus dem Alltag brauche und das einfach zusammen mit dem verrückten Spaß macht der Gogo grüße dich willkommen zum Probetraining da ist auch mal ein neuer Alert übrigens der ist schön ja den hat Fanti für mich gemacht für mich bedeutet einfach in einem Team zusammen Spaß zu haben sich zu bewegen ich spiele weil ich Thai endlich versohnen will ja in so das hättest du wohl gerne gucken wir mal nächste Saison was da abgeht Fußball spiele ich erst seit dem 34 Lebensjahr wieder hab in der Jugend gespielt und bin danach zum Handball ich hab Handball gespielt 13 Jahre lang ich wusste dass das triggert weißt du 13 Jahre hat sie Handball gespielt da hab ich auch schon mal von erzählt von wegen blauen Flecken und so wie brutal das eigentlich ist erzähl mal dein schlimmstes Erlebnis beim Handballspielen oh ich hatte so viele schlimme Erlebnisse beim Handballspielen das glaubst du nicht das ekelhafteste war das Brechen von der Nase von einer Freundin die mit mit der Nase aufs Knie gefallen ist das war ziemlich ekelhaft das hässlichste was ich persönlich erlebt hab war also ich weiß nicht wie die das hinbekommen hat aber ich hatte unter meiner Hose durch also wirklich komplett mein Po von unten nach oben also wirklich bis zum Rücken aufgekratzt von irgendeiner Tuse die da halt ihre Fingernägel hatte oder hier so reingedrückt so ja also ich weiß nicht wie die das hinbekommen hat ich hab ja ein Trikot an also das war so das kurioseste was ich hatte sehr schön also es gab schlimmere Verletzungen wie Boxen nur auf dem Feld und Tomati sorry ja Einhörner sind halt so einzigartig da die übersieht man auch mal weißt du er spielt es weil er Wikinger versohnen kann ja Handball hat sie gespielt und der Gogol ist da wegen dir wegen LinkedIn weil du da schön Content und guten Content machst ah dankeschön ja aber ich glaube der passt halt für Twitch nicht unbedingt ne das ist halt so die Sache oder für YouTube wie gesagt da kommen wir noch dazu was wo vielleicht besser ist ähm lesen wir noch mal schnell schön dass du mich nein haben wir ja schon gelesen jetzt lese ich's doppelt Tomati weißt du ich bin sehr gerne unter Menschen und das kann man im Team am besten in Online Manager ist das halt genau dasselbe man ist unter Leuten Leuten Freunden ich sitze hier gerade mit operierter Hand Autsch danke entfolgt ach Inzu gute Besserung an der Stelle auf jeden Fall ich hoffe es ist nichts Schlimmes und das verheilt dann auch ganz ganz schnell ah ah dieses ah Hand ich hoffe es ist die nicht benutzte Hand wenn es die rechte Hand wäre wäre es schlimm gell Inzu hat ist er denn Rechtshände oder Linkshände das hast du jetzt nicht verstanden doch ich hab's verstanden aber du kannst nicht sagen die rechte Hand wenn er Linkshänder ist weil er macht das auch nicht mit der verstehst du das weiß ich nicht ich bin Rechtshänder deshalb keine Ahnung das ist dann wie die Fremde oder so keine Ahnung darauf wollte ich jetzt nicht hinaus aber ich kann mir schon vorstellen dass das eine Rolle bei euch spielt also welche Hand darf denn heute mal wieder ja hallo die motorischen Fähigkeiten sind halt bei der Schreibhand besser ausgeprägt als bei der anderen deshalb ist die Feinmotorik glaube ich da schon wichtig aber ey äh ich ich höre jetzt auf mit dem Thema ich glaube das wisst ihr besser es darf auch mal schlüprig werden wir haben ja ein 18 plus Stream heute ist okay ah hättest du sagen können hätte ich gleich mal geflucht Mann ja man muss ja schon aufpassen welche Worte man in den Mund nimmt tatsächlich auch es gibt so ein paar Wörter die man auf Twitch nicht sagen sollte weil die auch mal schnell zu einem kurzfristigen Band führen können aber darf man hier denn sowas wie äh das C-Wort sagen mit der momentanen P also darf man die Krankheit sagen weil auf äh YouTube ist ja manchmal so Streams wo es man darf es sagen aber es gibt ich selbst sage auch das Wort nicht weil es einfach wir wollen ja Spaß und Freude haben auf dem Stream und wir reden mal über Corinna oder Chinchilla aber halt nicht über Corona meistens okay also ihr nennen das Corinna und Chinchilla zum Beispiel ja weil okay weil das gibt ja Wörter wo du dann auf einmal ein Ben hast oder so deshalb weil du es gerade angesprochen hast hat mich das jetzt ja da gibt es halt Wörter die mit N anfangen und mit okay ich habe mir das mit der Achillessehne gelesen und Achillessehne aber aber du merkst schon Twitch an sich als Content ist halt nicht hier Frontalbeschallung wie in der Schule oder wie im Hörsaal sondern Chat Interaktion da drauf eingehen miteinander kommunizieren miteinander reden ähm was dann dich auf Twitch natürlich nahbar macht auch weil du als Person dich eben dann zeigst jetzt wird es eklig ja es wird du bist schuld du hast angefangen immer diese nein alles gut jetzt hören wir auf jetzt ist es vorbei jetzt ist es aus komm wir mal ich drück mal den Knopf dann ist ja alles schottendicht aber jetzt aber mich würde schon interessieren würde euch das denn also wenn ich natürlich ein bisschen ich hab dann auch eine andere Kamera das konnte ich jetzt heute nicht weil mein Internet ich musste das jetzt ummünzen dann bin ich auch ein bisschen fresher würde euch das denn denkt ihr da ist Potenzial vorhanden also nicht für oh Gott jetzt geht es in die Richtung also nicht um das ohne also ach scheiße Moment geht alles jetzt in die falsche Richtung wir sitzen hier mit einer well educated Dame entschuldigen tut man sich nur wirklich ganz ganz selten zum Beispiel wenn man sagt man kackt anderen Leuten auf den Tisch dann entschuldigt man sich auch mal dafür ja aber ich versuche gerade die richtigen Worte zu finden ohne dass es jetzt schon wieder schlüpfrig wird weil alles was ich jetzt im Kontext tage ist irgendwie so äh bessere Kamera für was Jasmin ah oben ohne aha okay äh das war jetzt eher so das darf man auf Twitch nicht das gibt es dann nur auf OnlyFans äh genau aber das ist weiß ich nicht ob das so toll äh das ist ja ganz einfach weißt du ähm wenn du so Dinge hast wie jetzt gerade wo es ein bisschen schlüpfrig wird dann mach einen Spaß draus weißt du einfach Späßle machen gut ist weil es gibt nichts dabei eins zu bleiben oh ein neuer OF Account und dann ein bisschen halt einfach Spaß haben weißt du darum geht es auch mal im Stream einfach zu lachen und ein bisschen Blödsinn zu machen das gehört auch dazu ne das machen wir gerade so einfach auch mal ein bisschen schlüpfrig zu reden jo gehört halt manchmal dazu ist auch nicht schlimm ähm und nicht alles so ernst zu nehmen immer ne das ist glaube ich auch so ein Geheimnis beim Stream nein aber denkt ihr denn also jetzt die die ich gehe ich ja ja Entschuldigung äh 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 nein ich wollte nur fragen ob ähm äh denn überhaupt das interessant wäre wenn ich jetzt noch ein bisschen ob ich auch interessant rüberkomme weißt du weil das sind solche Sachen also jetzt wo ihr mich ein bisschen kennt und so vielleicht bin ich noch ein bisschen zu steif das mag absolut der Fall sein äh muss ein bisschen reinkommen ähm aber ja ob das überhaupt etwas wäre wo ihr sagen würdet yes absolut ja Jasmin ja Insulana 15 was los hm wann spielst du online weil ich online liege oh äh wenn ich irgendwann noch Zeit dafür finde dann garantiert das ich kann euch gerne erklären wie ich das Spiel sehe tatsächlich und warum so viele da drauf stehen das wäre interessant ähm case study online liege na das ist tatsächlich so äh mit der community weißt du die ganzen Sachen ähm viele verbinden mit Fußball Kindheitsträume und jeder kann kann damit auch so ein gewisses Goal ja erreichen sein eigene sein eigenes Team aufzubauen das Gefühl etwas zu besitzen das Trikot die Community die man hat die Leute die mit einem sprechen weißt du das ist wie auf dem Platz sein und trotzdem gegeneinander miteinander gemeinsam was schaffen und ich glaube das ist das was online liege extrem ausmacht als also nicht nur als Community sondern auch äh als Simulator und man du zum Beispiel machst es super interessant weil du erfindest noch eigene Charaktere dazu weißt du manchmal und nein es ist mega geil und das finde ich halt das finde ich halt äh mega interessant einfach okay ich bin zu steif wieso bin ich denn jetzt zu steif der Kontext der Kontext ah äh super ähm ich glaube du musst einfach mal anfangen weißt du ich glaube du musst einfach jetzt mal sagen hey ich nehme jetzt mal das Gamification hab mal schreib dir deine Videoideen auf das ist auch so ein Tipp für Content Inspiration schreib dir Ideen auf ich hab jetzt schon eine Liste von über 20 Items die ich noch für Neulinge äh als Video produzieren möchte so Tipps und Tricks für Neulinge mhm schreib dir deine Ideen auf irgendwo eine Liste pack sie da rein und dann fang damit an die Liste abzuarbeiten priorisier den Kram von oben nach unten und wie lang muss das sein solche Sachen das ist dann so lange wie es wird und so kurz wie es ist also das kann dir niemand vorher sagen die Ideen entstehen manchmal sogar während dem Stream dann geh ich dann immer eine Liste schreib schnell rein ey die Idee muss ich noch ne also das ist wirklich dann ist wenn es dir einfällt fällt es dir ein und dann schreibst du es auf und schreibst es einfach in die Liste packst da rein dann kannst du es nicht vergessen und dann irgendwann guckst du dir die Liste wieder an am nächsten Tag oder nach einer Woche sagst cool ah das Thema interessiert mich jetzt auch selbst das möchte ich jetzt mal äh machen als Neuling oder was auch immer also bei mir ist es halt diese Tipps und Tricks für Neulinge die Videos sind super schnell produziert weil ich mich halt 10-15 Minuten hinsetze erzähle was ich darüber denke mache noch Screenshots dazu dann schneide ich das Ganze innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde ist ein neues Video entstanden gut ich habe viel Arbeit reingesteckt das ist halt vorher die ganzen Animationen so ein Zeug klar die Automatisierung das ist halt vorher aber wenn du mal das Format hast dann musst du später wirklich nur noch schneiden und dann hast du schon YouTube Content das ist educational und das kannst du bei dir auch machen schreib dir einfach Videoideen auf such Gamification wie das mit Notre Dame so interessante Geschichten wo Gamification angewendet wird zum Beispiel nenn einen Titel Assassin's Creed wäre ohne Notre Dame nicht möglich gewesen zum Beispiel als reißerischen Titel okay zum Beispiel und das machst du halt für jedes Video also das sind jetzt wirklich die Content Sachen wo Tipps und Tricks sind Thumbnail ist super wichtig und so weiter das musst du dann halt für dich auch entdecken mit der Zeit das ist Learning aber fang einfach mal an mach dein erstes Video Ideen sammeln mach dein zweites Video und so weiter also du sagst erst mal auf YouTube starten und dann vielleicht irgendwann streamen du kannst beides machen wenn du die Zeit hast mach beides YouTube kannst du schnelle Reichweite generieren auf Twitch dauert es halt länger aber wenn es halt mal läuft ist es auch cool oder wie jetzt du siehst es sind heute irgendwie 45 Leute da und die sich auch für dich interessieren und dann hast du vielleicht wenn du jetzt einen Streamer kennst und du dann vielleicht mal in Talk warst da haben die Leute vielleicht auch mal Bock bei dir vorbeizuschauen dir zuzuhören ne das halt Twitch ist mehr Netzwerken ähm weil du keine Reichweite durch Twitch bekommst sondern du versuchst deine Reichweite auf Twitch dadurch zu generieren dass du sie woanders generierst bei mir ist es Online Liga hätte ich Online Liga nicht gehabt hätte ich keine Reichweite und ich versuche ja meine meine Reichweite auf Twitter auf Facebook auf Instagram zu erweitern dann heute das Content Inspiration ist nur möglich weil ich halt auch Netzwerk aufgebaut habe ganz kleines nur mit anderen Streamern bei denen durfte ich dann auch das posten heute ich weiß gar nicht ob heute einer davon dabei ist ne keine Ahnung ähm müsste ich jetzt in den Chat in den Chatlist reingucken wer alles zuschaut aber es ist im Endeffekt auf Twitch kommst wirst du nicht groß weil du nur nur Content machst ne will ich ja auch nicht also ich will ja mit den Leuten also größer es geht nicht darum ganz groß zu werden sondern ähm du wirst auf Twitch du wächst nicht sagen wir es mal so wenn du nicht außerhalb von Twitch noch Dinge tust weil Twitch nicht dafür sorgt dass du größer wirst sondern ne die haben ja nicht dafür sorgst du selbst deine ganze Arbeit die du oft als Streamer hast und als Twitch Mensch hast basiert darauf dass du woanders Arbeit tust also ob es jetzt YouTube ist ob es Community Arbeit ist in meinem Fall ist es viel Community Arbeit im Endeffekt weil ich auf Discord aktiv bin weil ich mit Leuten mich unterhalte weil ich ingame auch mit den Leuten mich unterhalte und so entsteht das halt und dadurch kann das wachsen du musst deine deine Wachstum erreichst du nicht durch Twitch alleine wenn du mal eine gewisse Größe hast passiert das von alleine aber bis du diese Größe hast bis du da bist dass es so ein Break so ein Breaking Point ist wo dann sag ich mal 100, 200, 300 Leute zuschauen und dann noch mehr Leute dazukommen weil du einfach 200, 300 Leute schon hast das ist dann wieder eine ganz andere Geschichte aber für den Anfang einfach das tun was einem Spaß macht das auch außerhalb von Twitch tun und in Twitch dann diese Interaktion zu machen jetzt so wie zum Beispiel bei Insulana der jetzt hier ist und dann redet man halt naja Tai du kannst deine Reichweite über Twitch erhöhen wenn du mit anderen zusammen Content machst genau das ist dann aber Netzwerken und das ist Netzwerken das du eigentlich auch innerhalb von Twitch tust aber außerhalb deines eigenen Kanals zum Beispiel ja also ich war ja jetzt auch schon ein paar Mal Gast woanders und hab da halt einfach ja ich hätte da schon Leute im Sinn definitiv mit denen ich da Dinge machen würde und auch quatschen würde und ich glaube das würde auch gut miteinander funktionieren Dax deine Schwester der Dax ist nicht da aber ich wollte Franky77 noch er hat gesagt er ist weg vielleicht ist er jetzt auch schon weg Franky danke Pizza ist fertig und dir viel Erfolg mit deinem Vorhaben werde das mal verfolgen siehste schon dankeschön also wenn ich da mal ein bisschen lockerer geworden ist wie ich häufiger mal lese dann kann das auch was mit mir werden okay es ist wieder eine Anspielung also was ich ja nicht kann ist damit könnte mich wirklich verarschen ist Sarkasmus und so ein Kram das ist ja da finde ich Ironie ja ist das Nächste ich gehe da ein bisschen also auch für Google gerade ich gehe da ein bisschen ins Streamcoaching da gibt es super super tolle Streamer ich verlinke nochmal ein paar die da sich noch viel mehr mit beschäftigen ich nehme das heute bloß ein bisschen auf zum Beispiel Onkel Pippi gibt es da oder wir haben noch King Kray der auch da unterwegs ist die halt und ja Twitch generiert dir nicht die Reichweite weil du bist Twitch ist die schlechteste aller Plattformen um entdeckt zu werden wenn du nicht schon groß bist wenn du groß bist ist es super wenn du aber klein bist wirst du dort halt nicht entdeckt sondern du musst woanders groß werden um in Twitch groß zu werden aber ich finde Instagram ist so da müsste ich denn also Instagram ist halt einfach ja aber wozu ist Instagram da was machst du auf Instagram ja auf Insta ist ja entweder du machst schöne Dinge also schöne Dinge im Sinne von Bildern und so also Bildern im Sinne von Zeichnen und was weiß ich was oder du machst halt ja halt Fotos von dir und erzählst ein bisschen über dein Leben also dafür ist für mich mit Insta da und halt die Story und die Reels zu machen und die kommen okay an aber das ist jetzt auch nicht dass ich da die Mega-Follower habe was ich ja auch nicht unbedingt damit erreichen will ich will ja auch bis zu einem gewissen Grad ein bisschen Business-Kontext weißt du haben und aber nicht zu steif also LinkedIn ist schon meine Plattform ist schon eine Plattform wo ich super cool finde ähm auch wenn man da schnell in der Bubble ist aber es reicht mir nicht es reicht mir von der Interaktion her nicht Insulana was ist denn schon wieder der ständige Asmin was wie kann ich dir helfen und ähm ich würde halt sagen versuch einfach da ja dieses Gamification-Thema mitzunehmen versuch da einfach Content zu machen egal wo wichtig ist für dich wahrscheinlich auch zu zu unterscheiden welcher Content wo landet YouTube hat seinen Educational-Bereich wo du Videos machst und einfach wirklich so Präsentationen machst so hey das ist Gamification so wiegt es sich aus so wird sie angewendet etc. pp Instagram würde ich auch sagen das ist nicht ganz so wichtig jetzt für dich persönlich aber du kannst das Instagram ist für mich zum Beispiel auch mehr so der ich erzähle so ein bisschen was drumherum passiert mit den Trikots und ich mache auch nicht viel auf Instagram zum Beispiel aber da tut man so ein bisschen um den um dein Content herum halt erzählen weil der Content der findet ja woanders statt und auf Instagram erzählst du ein bisschen über dich selbst über deine Person über ähm das was du tust um den Stream herum oder um den Content herum um YouTube herum das ist so Instagram eventuell aber das musst du für dich selbst entscheiden welche Plattform ist für was bei mir ist zum Beispiel Twitter auch mehr so Promo für die Videos Promo für den Stream aber eigentlich ist es mehr ich bin dort als Manager von meiner Mannschaft und tue jeden Tag zu meiner Mannschaft was posten wie hat sie gespielt äh ne mach da verrückte Sachen mit der Community die einfach spaßig sind die sich mehr ums Spiel drehen am Ende ne das ist für mich zum Beispiel eher Twitter und das musst du für dich aber entdecken welche Plattform ist welches Thema für dich also ein Social Media Plan sozusagen genau überleg dir wo willst du was tun was man nicht heutzutage alles machen muss das kommt automatisch mit der Zeit am Anfang das Wichtigste ist bei Content und bei Content Creation oder Inspiration auch zu sagen hey ich möchte jetzt einfach mal ein Thema nehmen das bewegt mich bei dir ist es Gamification das mitzunehmen und zu sagen cool dazu mache ich jetzt Content und überleg mir was ich dazu machen kann und dann einfach anzufangen ne auch mal ein Stream anzufangen und ja es wird am Anfang hart sein und zäh sein und oh es kommen vielleicht nur drei Leute vorbei vielleicht auch zehn vielleicht auch 15 wer weiß das wäre schon ziemlich gut vielleicht kommen auch 20 oder 30 aber am Anfang wird es wahrscheinlich eher drei sein vielleicht auch nur einer okay und versuch auch also ich weiß nicht halt okay ja versuch versuch erstmal das so ein bisschen reinzukommen am Anfang zu üben mal zu zeichnen mal dich zu unterhalten im Chat klar zu kommen wenn du streamen willst und dann zu sagen hey cool das gefällt mir und jetzt möchte ich noch andere Dinge tun bei mir war das ja auch am Anfang so ich habe viel über Online-Liga erzählt Kader-Feedback am Anfang gemacht mehr wo ich selbst den Content produziert habe auch ne wo ich selbst aktiv war mittlerweile weißt du es ja auch bei mir ist der Content komplett anderer geworden ich mache viele Talks ich rede viel mit den Leuten weil das viel interessanter ist auch für die Zuschauer mhm und das kannst du dir später auch überlegen zu sagen ey ich habe jetzt das Gamification-Thema und ich habe jetzt auf LinkedIn eine Person kennengelernt mit der möchte ich mich aber live mal unterhalten auch im Chat und zu sagen die Person zu fragen hey wie schaut es aus hast du Bock auf ein Interview bei mir auf dem Twitch-Kanal ok ich versuche das halt ja ok verstanden aber das sind alles Dinge die entstehen mit der Zeit die kommen halt dann es heißt eigentlich ich mache das halt schon aber halt LinkedIn weißt du und dann müsste ich das halt aber jetzt auch auf Twitch dann einfach machen ok verstanden und ich habe eine Frage gelesen weil du sagst weil die Leute sagen ich soll auf den Text eingehen der ist da ähm ob ich geehrt bin dass ich deine Schwester bin was habe ich das richtig gelesen ja doch scroll mal hoch äh ich muss ich kann halt nicht da scrollen aber und wenn ich will dass sie was weil es nicht zu lang ist nicht zu helfen jo Ruhe Einhorn ein guter Wein zu diesem interessanten und guten Content den Nilsson sehr schön Inso will mit dir mal zeigen was man im Electrical alles macht nochmal ey Kreiskontent nächste Saison Wikinger gehen ab in L2 jo oder werden böse Frauen von den großen Jungs Kreisliga oder ich weiß wie steinig ja weiß ich ich denke Inso ist das der erste Follower nein Inso ist nicht der erste Follower Ritzschwitz eigentlich ähm also zumindest was Online Liga angeht davor Demigod ist schon sehr lange dabei hat es in sich fast so stark wie Liga okay er lädt sich Gäste ein ja damit die mein Content machen genau es kommt eins da ich hab ich find's nicht ja von mir kam aber okay genau wenn ich nicht verlinkt bin eine Frage von Modseite wie geehrt fühlt man sich die Schwester von Tile zu sein hallo wie man sich so extrem kann man sich also man kann's nicht erklären wie geehrt man sich da fühlt weil man sich schon sehr geehrt fühlt wisst ihr was ich das Schöne daran finde dass er was macht was ihm Spaß macht und das der schon immer machen wollte eigentlich man hat seinen Weg dahin gefunden und es macht mich extrem stolz weil er was macht was ihm im Herzen gefällt und das finde ich super toll und deshalb finde ich sehr geehrt ich hätte ihm ja sonst nicht meine Bachelorarbeit gewidmet okay manchmal ist man auch doof als Bruder und Schwester wir haben uns früher verprügelt auf und an mal ja viel geschlagen haben wir uns nicht aber wir haben uns schon gefetzt nein aber wir haben uns schon manchmal gefetzt ich hab mich immer nur mit der Kuzine geprügelt ich bin jetzt kein großer Streamer ich mach halt so mein ich bin halt gewachsen das letzte Jahr von drei Zuschauern am Anfang mit Online-Liga auf jetzt mittlerweile 40, 50 Zuschauer das ist schon auf Twitch eine Welt aber ich glaube groß geehrt gefühlt wusste ich jetzt noch nicht als dass ich Streamer bin aber ich würde jetzt zum Beispiel von meiner Seite sagen ich fühle mich geehrt dass du meine Schwester bist und dass wir gemeinsam bis jetzt hier unser Leben bis heute verbringen konnten und einfach gemeinsam durchs Leben gegangen sind das ist glaube ich das ja absolut absolut ja vor allem weil man sich halt auch gegenseitig ergänzt guckt mal also das ist halt einfach echt so ein Ding ich glaube wir lernen unheimlich viel als Geschwisterpaar auch voneinander also jetzt so wie das Streamen das macht jetzt der Tim einfach viel besser als ich ich bin super krass um ehrlich zu sein finde ich persönlich Lobhudelei aber ich bin recht gut wenn ich gut vorbereitet bin auf großen Bühnen in Inspirational Talks bin ich nicht schlecht das ist so eine Sache aber das passt halt nicht auf Twitch kann ich keine Inspirational Talks machen das ist dann halt ein YouTube Format und wie man das dann halt macht oder die Sachen dann macht also ein bisschen vielleicht gewisse Sachen planerisch vorbereiten organisieren war ich immer ein bisschen besser aber da bist du mittlerweile auch sehr gut drin finde ich geht so ja der Teil ist ein absolut hilfsbereiter und zuvorkommender Mensch ja manchmal zu hilfsbereit und zu zuvorkommend auch mitunter aber heute ist ja das Thema bin ja nicht ich achso Entschuldigung ja nein ich glaube es ist schon schon wichtig das zu erkennen wo man wo die Stärken und Schwächen von einem auch liegen das ist super super wichtig und du hast deine Stärken und die kannst du ja auch einfließen lassen das ist auf jeden Fall du hast du bist super kreativ du hast super zeichnerische Fähigkeiten du kannst super gut organisieren du kannst super auch erzählen das ist auch immer ganz wichtig dass man das kann nur nuschel ich ein bisschen ein bisschen nuscheln sagen wir mal alle der Schudi ist jetzt auch der Schudi ist zwar nicht böse gemeint ich glaube einfach einfach mal machen einfach mal tun ja okay wie beim Podcast einfach mal machen hat mein Freundin auch gesagt mach mal einfach nicht enttäuscht sein wenn die ersten paar Wochen nicht so viele Zuschauer kommen wenn viele Zuschauer kommen es freu dich weil Streaming es gibt so viele Streamer da draußen die mit ein zwei Viewern unterwegs sind das ist unglaublich du musst also ich nenne dir jetzt warte mal ich suche dich schnell raus weil ich weiß es nicht auswendig Twitch Tracker ich gehe mal schnell auf Twitch Tracker auf meine Seite mach das so lange erkläre ich wer es das für ein Pulli ist den habe ich mir hart erworben als ich bei der Bits nämlich Bits & Pretzels ist ein Startup Event in München und da durfte ich halt immer Workshops machen in denen ich ganz gut bin auch und eben auch Talks machen und dann kriege ich immer so einen schönen Pulli und deshalb die sind mega cool und erinnert mich immer auch da dran was man halt gemacht hat ja ich zeige dir jetzt mal das siehst du dann jetzt auch weil ich gerade den OBS Ninja ausschalte ja so ich zeige dir mal diese Statistiken okay du siehst da habe ich angefangen mit 6 Viewern sogar das war sogar mehr also ich habe 3, 5, 6 Viewer immer gehabt eine ganze Zeit lang das ist alles noch das hier war vor Online Liga die Phase hier da habe ich auch nicht viel Content produziert sieht man auch nicht viele Stunden im Januar mit 6 dann hat es schon mit 6 Viewern angefangen und dann ging es jetzt langsam man sieht jetzt auch die Average Viewers die jetzt seit jetzt eigentlich März halt ziemlich explodiert sind und das ist einfach aber weißt du woran es liegt? ungefähr das kann ich dir auch nochmal erzählen aber das ist jetzt zum Beispiel so man sieht wo ich angefangen habe vor einem Jahr und wo es jetzt im Moment steht das ist ein krasser Zuwachs für das was es ist so jetzt nenne ich die eine Zahl und das ist wirklich die brutalste Zahl die es gibt die Zahl hier oh die okay aber die ist ich meine das sind ja alle Twitcher Streamer ich bin in Deutschland bin ich der 3.345 größte Channel weltweit bin ich der 51.852 größte Channel und jetzt kannst du dir vorstellen ich habe im Schnitt 30, 40, 50 Zuschauer im Moment mittlerweile jetzt kannst du dir vorstellen wie viele Streams es gibt die diese Zahl nicht haben und das ist genau das was halt was auf Twitch halt so brutal ist was viele Leute auch nicht verstehen ist dass sie sie sind 12 Stunden die Woche oder noch länger auf Twitch unterwegs machen aber sonst nichts anderes und das musst du an Twitch verstehen du musst außerhalb von Twitch hingehen und sagen ich produziere mein Content zwar auch auf Twitch aber meine Reichweite generiere ich woanders wenn du dann wächst und deine Reichweite auf Twitch größer wird wächst deine Reichweite automatisch auch mehr aber du musst halt außerhalb von Twitch agieren weil sonst wächst du halt nicht wenn du wachsen möchtest wenn du sagst das ist eh nur ein Hobby und ich habe da einfach Spaß dran ist das egal aber um dieses Wachstum hinzubekommen um wirklich auch Leute zu erreichen es geht nicht mehr darum Geld zu verdienen sondern Leute zu erreichen das schaffst du halt mit YouTube das schaffst du mit Twitter mit Instagram mit TikTok mit was auch immer und Twitch ist dann die Interaktion mit deinen Usern weil dadurch entsteht dann die Community die dich dann die auf lange Zeit auch dann für dich halt einfach treu ist sag ich mal dazu die aber auch mit dir zusammen einfach Spaß hat über einen sehr sehr langen Zeitraum und du bist halt nahbarer als Mensch durch Twitch das ist also das ist die wollte ich einfach nur es geht nicht um meinen eigenen Erfolg hier oder Misserfolg oder was auch immer nein aber verstanden aber dass du halt verstehst was meine Größe von Stream bedeutet und wie viele Streamers da draußen gibt die einfach diese Zahl nicht mehr ansatzweise haben und man erst mal ganz ganz klein anfängt okay nein es ist ja auch klar heißt es das ist ich meine ich habe nicht die Erwartung dass ich hier Top Influencer Streamer was weiß ich was werde weil ich glaube wie auch Insulana sag ich Insulana doch 15 Insulana Inso ja Inso einfach Inso oder Wikinger Inso beschrieben oder Wikinger Inso oder Wikinger ah jemand aus dem Norden der kommt aus also Insulana ist mittlerweile aus dem Süden von Deutschland aber er kommt von der Insel ja im Norden auch in Deutschland okay ja ich kenne Insul ja auch schon ein bisschen also das weiß auch nein alles gut die meisten bei der Zuschauer wissen das auch aber Wikinger sind ach jetzt höre ich auf zu labern weil ich gerade will Haller spiele nein aber wie du sagst ich habe halt du sagst halt ich rede sehr high educational das stimmt aber ist es nicht eine Frage ob das dann für die Zuschauer passt oder ist es schon so dass man eher oder labert ihr da einfach vor euch hin also was ist denn weil ich verfalle halt schnell in den eher high education sagst du das ist echt ein No-Go oh kommt drauf an was kommt drauf an wenn die Leute das mögen warum nicht also das geht das ist ich glaube du machst jetzt so viel Kopf darum was kommt an und was kommt nicht an mach einfach mal mach einfach mal sag mal du sag einfach du selbst und wenn es den Leuten gefällt bleiben sie wenn es ihnen nicht gefällt bleiben sie nicht so einfach ist es ja ist ja jedem selber weil wenn du dich jetzt verstellst nur für den Stream und dann auf YouTube anders bist oder sonst woanders bist dann ist das einfach nicht du und das merken die Leute auch super schnell ja okay ja ich also das ist halt also ich kann schon sehr flapsig daher aber es ist halt ja ich bin halt bis zum gewissen Grad halt einfach in dem Bereich drin und ja ich verstehe es okay verstanden und dann wollte ich noch den Nilsson wollte ich noch sagen doch den kannst du glaube ich noch kaufen wenn du auf die Bits & Pretzels Webseite gehst die haben den eventuell noch aber der ist jetzt schon drei Jahre alt von glaube ich also der neu ja den letzten habe ich das war der von ja weiß ich gar nicht mehr 2017 oder so da gibt es jedes Jahr einen anderen von denen sorry weil wir den Pulli unbedingt fragen wollten wegen der Verlobten ich kann immer aufstehen so sieht er aus das drauf mehr gibt es nicht also den Content ich würde auch sagen Content Inspiration Part da sind wir soweit durch also erstmal dazu wir machen jetzt noch ein bisschen Small Talk und unterhalten uns einfach aber wir haben auf jeden Fall mal was gefunden wo du dich jetzt reinbeißen kannst absolut wenn du möchtest natürlich immer deine eigene Entscheidung wie ich sage es immer ich bin nicht dabei seit letzter Schluss das waren meine berühmten Worte immer im Kader Feedback ich bin nicht dabei seit letzter Schluss es ist deine eigene Verantwortung deine eigene Entscheidung kein anderer trägt diese Verantwortung sondern nur du alleine und es ist dein Ding was du machst am Ende des Tages aber du hast jetzt ein Thema das für dich interessant ist du kannst es verbinden mit deinen Skills mit malen und mit Aufträgen die du hast du kannst guck dir das ist auch noch ein Tipp guck dir ein paar Streamer an wie die das Dinge tun guck dir zum Beispiel Fanti an der das super cool macht im Designing Bereich Fanti-TV da kannst du vorbeigucken wie der das so macht weil das halt auch malen ist naja malen nicht es ist halt Design es ist Zeichnen im weiteren Sinne aber es ist halt wirklich Logos entwerfen Scenes bauen der macht auch ein bisschen Adobe After Effects da kannst du mal gucken wie der das angeht und was er auch tut und warum Twitch bei ihm so also bei ihm läuft es auch wirklich mittlerweile richtig richtig gut und er macht das richtig toll wirklich schöner Content und da kannst du mal reinschauen bei Fanti-TV der ist meistens halt vormittags mittags online und abends auch mal mittlerweile wieder mehr auch mit dem Content und such dir ein paar Streamer raus wo du sagst die gefallen mir such dir drei vier Stück raus und guck mal was die so treiben wie die denn streamen und guck dir auch ein paar YouTuber an wie die ihre YouTube-Videos machen zum Beispiel meine letzten Videos weil sie gesehen hat sind sehr inspiriert durch Harry Seller weil ich die Art und weiße mag wie er Videos produziert und deshalb ist zum Beispiel mein das Video zu heute ist so geworden weil ich diese Art mag wie die Videos geschnitten sind habe versucht das ein bisschen nachzuahmen ne und wenn du Aufträge hast und die auch öffentlich behandeln kannst warum nicht dann setze ich in den Stream abends oder tagsüber wann auch immer du an die Arbeit dich machst und streamst genau das und erzählst was du da tust was über die Gedanken du dir machst und wie gesagt ich kann dir da Fanti echt empfehlen weil der macht das jetzt gerade der hat sich selbstständig gemacht Grafik, Design und so weiter aber macht das halt auch live im Stream der tut wirklich im Stream seine Arbeiten erledigen und das wäre eine Art und weiß wie das tun oder zeichne einfach oder wenn du mal Bock hast auf was einfach Spaß dann kannst du auch einfach mal wenn du was zockst dann zockst du halt mal was ist auch in Ordnung ich bin halt an der Playsee unterwegs da ist es immer schwer das Zeug miteinander zu da brauchst du eine Capture Card und go aber die technischen Sachen wie gesagt wie nutzt man OBS das kann ich dir alles dann im Privaten auch mal erklären das soll ja auch nicht hier bei Content Inspiration großes Thema sein aber mein Gott hey immerhin Restream kann ich sehr schön kriege ich hier in das Glöpfchen zu drücken und versuch halt einfach dein Content spezifisch für die Plattform auszuwählen zu sagen auf YouTube mache ich mehr die Art von Educational oder Vloggen wenn du Bock hast zu vloggen aber du hast schon gesagt Instagram ist schon ein bisschen viel ich glaube Vlogs sind nicht für dich wo du dann Vlogs machst jeden Tag oder jeden zweiten Tag oder jeden dritten Tag ja das kommt immer drauf an manchmal denke ich dran und manchmal nicht das ist ja auch immer wann hast du Zeit ich muss ja noch auch arbeiten ja klar also wie andere auch aber zum Beispiel kann ich halt die Podcasts dann die werde ich als Video jetzt dann dann aufnehmen und dass man das dann auch hat dass die Leute ein Gesicht dazu haben finde ich immer noch schön wenn es einmal Ton und Gesicht aber ja ich weiß worauf du hinaus willst ich muss halt dann gucken wie du halt auch welche Design Sprache wähle ich aus wobei das weiß ich ich werde halt was zeichnen also der Kanal sieht halt anders aus wie er früher aussah nur mal so ja ich weiß ich weiß echt ja hat sich alles entwickelt halt du hast ja auch deine Design Sprache schon du hast ja schon Dinge die du tust wie du sie tust am Ende des Tages und Insulana findet das auch krass was du machst so jetzt ist sie in dem Fenster was da los Insul genau eine Frau auf dem Stream weißt du nein er wollte mich in den Mittelpunkt weil ich war vielleicht weil ich die Fragen gestellt habe sie ist heute Hauptgast ich bin ja immer nur der Nebenprodukt das ist genau das meine Gäste sind immer wichtiger als ich selbst das ist einfach so und ja versuch einfach in dem Bereich also es gibt immer es gibt immer Dinge was Content auch angeht man kann versuchen also das ist ein Weg den man gehen kann Experte für etwas zu werden wirklich ein Ansprechpartner zu werden für Dinge das ist ein Weg den man gehen kann unterhaltend unterwegs zu sein also es gibt da verschiedene Wege die musst du halt für dich überprüfen oder für dich entscheiden was möchtest du erstmal tun aber ich würde sagen fang einfach mal an und der Rest ergibt sich auf dem Weg meistens wo es dann hingeht absolut nee absolut das ist halt auch so die Sache weißt du mein Hauptziel ist es nicht und das ist ja was Fanti Fanti wie macht Fanti wie ja Fanti TV so Fanti macht ist er lebt ja davon also er lebt ja vom aber auch erst seit kurzem also vom Visualisieren ja aber für anderen Content zu entwickeln ja davon lebt er und das macht er als Arbeit und zeigt es bei mir ist es ja was ich mache das gerne aber mein Hauptaugenmerk ist ja und das war gerade im Chat so ein bisschen abzulesen dass ich das mit dem Gamification Thema einfach mache also das ist so ein bisschen ich verstehe dass das Zeichnen interessant ist aber wenn dann ist es etwas was ich für mich dann als Content machen würde vorbereiten würde weil sonst mache ich wieder nur etwas für andere und das mache ich so oft in meinem Leben also wirklich Content für andere zu generieren mache ich wirklich viel und unter uns gesprochen ich habe es halt auch langsam satt dass andere einfach so viel von dem profitieren was was halt jemand anderes macht und selber eigentlich gar nichts selber bewegen und das finde ich so schade und da möchte ich eigentlich nicht Sie haben eins verstanden Sie müssen nicht alles selbst tun das ist ja bei mir auch ähnlich ich habe jetzt gut ich bezahle Fanti auch dafür aber er hat nein aber das ist was anderes er verdient wenn ich jetzt anfangen würde zu streamen wie Fanti das macht weißt du er verdient damit ja Geld ja deshalb ist das ein super geiler Werbekanal für ihn auf Twitch aber ich will Geld verdienen indem dass ich Leuten Gamification Konzepte oder Gaming beibringe oder nicht Gaming beibringe aber weißt du das mit reinbringen das das heißt Geld verdienen also das ist das was ich als Job mache ja ja am Ende des Tages kannst du ja genau so dann aber auch wieder mit den Leuten drüber reden deinen Spaß haben im Chat interagieren einfach das mit den Leuten Gespräche führen über den Chat oder auch Leute einladen in den Stream und sich drüber unterhalten und du machst ja das was du jetzt eh schon tust dann einfach zu deinem Content zum Beispiel weil du machst es ja eh schon ja eh ja ich mache es aber dann halt meistens zu wenig für mich als für andere dann muss ich wieder jemand anderen holen ja dann machst du halt für dich ja cool okay verstanden ich fasse zusammen Edu Edu sag ich schon Educational Content für YouTube oder Inspirational Content und dann einfach mal gucken beim Stream anfangen mal schauen ein Thema raussuchen ein bisschen labern ein bisschen Just Chat und dann schauen wo sich Sinn entwickelt mit Social Media gucken wie ich das am besten benutze und eins ist wichtig zu verstehen es wird das ist sehr agil die ganze Thematik sehr sehr verwandelbar und du wirst wahrscheinlich in einem halben Jahr als andere Dinge tun wie du jetzt gerade dir vorgenommen hast ja absolut aber es ist okay also das muss man das ist okay aber du hast immer noch deinen Content du hast immer noch dein Thema über das du dich unterhältst und vielleicht ändert sich das Thema auch irgendwann wer weiß aber erstmal mit was anfangen das ist das Wichtige eben einfach mal machen absolut cool ich hoffe wir haben da was gefunden würde ich bist da zufrieden sagst du hey cool da haben wir jetzt mal einen Ansatz und damit kann ich jetzt mal loslegen oder fühlt es sich noch nicht so richtig an ja doch schon also gerade wo du jetzt halt sagst mit dem Content-Trennen mit dem Educational und den Videos für mich du weißt ja ich bin dann schnell im Überanalysieren drin also schnell mal zu viel nachdenken also ich schaue jetzt gerade runter weil ich da meine Aufschriebe habe für mich ist halt immer noch so ein bisschen unklar aber das ist nicht was also das hast du beantwortet wie das halt dann ob ich jetzt wirklich Twitch machen soll oder nicht das ist halt eher so die Sache weil das kannst du aber nicht beantworten das muss ich für mich selber entscheiden das ist so das Ding aber ich glaube ich weiß welchen Content ich auf Twitch machen kann und absolut inspirieren und ich finde es krass wie viel Erfahrung du damit hast und auch wahrscheinlich durch vielleicht die Fehler nenne ich es jetzt mal nicht Fehler aber die Erfahrungen die du gemacht hast Och Dinge die man erlebt hat Ja super und wenn es nicht läuft dann muss man halt irgendwie sich ein Zeitlimit setzen und sagen okay dann ist es was muss man ja nicht machen wer will mit mir einen Stream machen der Inzu Oh Gott das kann ja was werden Genau ich wollte eigentlich Top of War vorstellen aber ich mache jetzt Online-Liga so schaut es aus eigentlich war das Ganze für Top of War aufgezogen Aha also Tuba-Ware kann ich auch holen ich habe eins zwei ich habe eine Tuba-Ware Weißt du was das Schöne ist ne zwei drei ja was ist das Schöne das Schöne ist ich sage immer es gibt zwei Dinge die man tun kann für den Stream es gibt also für die Zuschauer für die Leute die dabei sind es gibt einmal die Unterhaltungssache Spaß zu haben Entertainment zu haben das ist die eine Schiene und es gibt diesen Mehrwert den man schafft ja ich will halt Mehrwert und Spaß genau das kannst du kombinieren einerseits wir haben auf dem Stream Spaß wir machen Blödsinn wir unterhalten uns und haben einfach einen schönen Abend zusammen andererseits kommt aber auch Information rüber Mehrwert für die Community weil jeder hat andere Vorstellungen andere Blickwinkel und manchmal wird auch ein Gemälde aus der Cam Hilfe was habe ich denn jetzt gemacht und das ist das es wird auch Mehrwert geschaffen und das ist ich glaube man muss man sollte sein Stream ich weiß nicht was ich gemacht habe mach du dich mal auf Hauptding ich glaube meine Kamera ist gerade kaputt gegangen es regnet Steine na die Kamera hä was habe ich denn gemacht ich habe nicht mal was umgestellt jetzt geht es wieder oh und ich glaube was ist das was war das Entschuldigung alles gut und ich glaube wenn man eins von beiden Aspekten irgendwann verliert wird es irgendwann halt uninteressant und ich merke das auch bei manchen Streamern die machen manchmal nur noch Entertainment die machen dann die schaffen halt keinen Mehrwert für die Community da gibt es ja viele die die tun da nur noch Spaß wirklich nur noch Spaß machen das funktioniert manchmal auch aber selbst ein selbst ein Montana Black schafft Mehrwert der macht nicht nur Spaß sondern der tut auch es tut auch über sein Leben erzählen und was er falsch und richtig gemacht hat und was er über Dinge denkt das ist auch Mehrwert weil das Sichtweisen halt sind und das finde ich immer schön wenn dann das kombiniert Spaß mit Mehrwert zeig mal warte mal wenn es noch groß macht da guck mal wen ich habe Montana Black sehr schön und den habe ich sogar illustriert und zum Beispiel einen wie heißt das wieder Alge Alge Knossi selbst er schafft irgendwo Mehrwert aber halt aber halt nur den Unterhaltungsmehrwert der ist halt wirklich brutal am Unterhalten bei dem geht es ja nicht darum dass er Mehrwert schafft für für den Kopf oder für irgendwas anderes sondern nur Spaß aber das macht er halt auf so eine brutale Art und Weise dass das halt schon wieder gut ankommt weil der ist auch wenn ich das was er macht nicht so wirklich mag aber er macht es halt auf eine Art und Weise sehr überspitzt sehr übertrieben und wirklich Entertainment Party gib ihm los Jungs jetzt haut mal ordentlich raus wir wollen hier mal jetzt die Alge fliegen sind der geht halt richtig ab könnte ich auch aber das ist nicht meine Art aber das macht halt Knossi und das ist halt pure Unterhaltung aber auf einem Level das musst du erst mal einen ganzen Stream durchhalten das musst du erst mal hinbekommen mit zwei Stunden so abzugehen mit Wein geht alles oder den richtigen Mitteln aber ich weiß nicht meine ich sind ja auch Naturstone habe ich das Gefühl und das ist halt auch Mehrwert für die Community aber auf eine andere Art und Weise also Mehrwert für seine Zuschauer weil er sie brutal unterhält und wie gesagt deshalb nehme ich die zwei großen gerade weil ich glaube das beobachte ich bei manchen Streamern die vergessen dass sie nicht nur im Stadel sind oder nur Spaß machen weil das gibt es viele die einfach dann die haben sau viele Sound Alerts und sau viel und lassen sich ständig ablenken weißt du so richtig so ach ist einfach too much und ich glaube das ist ungut ich glaube das wird dann auch die Zuschauer irgendwann halt nicht begeistern weil du jeden Abend dasselbe machst am Ende des Tages jeden Abend denselben Gram naja gut das ist dann irgendwann wie Frauentausch oder ich meine es gucken sich auch genügend Leute an ja gibt es auch aber das ist ja gibt es auch aber da musst du wirklich gut sein nein aber ich will schon auch einen Mehrwert bieten und halt Content der halt einfach für die Leute halt interessant ist und weißt du halt auch Mehrwert bringt und keine Ahnung vielleicht bin ich auch einfach uninteressant mag sein aber dann probiere ich es wenigstens aus bevor ich es nicht ausprobiert habe und schau mal wo es hingeht ich ich bin eh mal interessant ich finde es eh mal interessant als eben Experiment das auch einfach mal zu wagen andere Idee ich glaube ja andere Idee dass du es das Gamification Thema mit auch in dein Stream halt rüberziehst das gamified machst alles dass du das Ganze schon mit dem Thema verbindest dass du deinen Stream auch irgendwie mit Gamification erlebbar machst aber also Twitch hat ja schon unheimlich viel Gamification an sich das ist ja super interessant also das ist ja für die Zuschauer eher weniger also wenn du mal guckst was es gibt oder nicht gibt naja schon also du musst dir überlegen du kannst dir also schon alleine dass du jemandem folgen kannst ist alleine eine Gamification Mechanic dass du dir Sachen kaufen kannst also die Awards vergeben kannst dass du also Awards verdienen kannst dass du jemandem Credits geben kannst abonnieren kannst dass du Leitern aufsteigen kannst dass du die Prozentzahlen angezeigt bekommst diese ganzen Visualisierungen also auch das ist bis zu einem gewissen Grad eine Gamification Mechanic auch dass du eine Gruppe aufbauen kannst von Followern dass du ein geschlossenes Team bist das ist alles das was auch was zu einem gewissen Grad eine Gamification ist aber mich würde interessieren was würdest du da also weil du sagst das zu gamifizieren würdest was würdest du tun zum Beispiel Levelsysteme einbauen du könntest vielleicht auch verschiedene Rollen auch verteilen aber das macht ja aber das geht mit Twitch oder kann das nicht Twitch also es gibt Tools dafür aber das macht Twitch nicht automatisch ich hab immer gedacht du hast ich hab gedacht es gibt Levelsysteme und Rollen weil ich ich hätte jetzt gedacht also was ich als super also was ich gemacht habe ist das hab ich bei LinkedIn versucht bei Live dass die Leute Themenvorschläge aktiv einbringen und dann Levels hochgehen also sprich sich hochleveln können Skillset hochleveln können und so und dann sich so einen kleinen Avatar machen aber da musst du halt auf eine andere Plattform aber das wird zum Beispiel cool für Twitch müssen wir mal gucken ob es sowas schon gibt aber Twitch an sich macht das nicht von sich aus sondern Twitch spielt dir die Plattform um so etwas zu tun und es gibt einen Haufen Add-ons und Zeug was du benutzen kannst deshalb gibt es auch bei manchen Leuten auch zum Beispiel so Pokémon unten wo die einzelnen Leute dann also die Chat-Leute dann unten als Pokémon dargestellt werden oder als kleine Figur die du einstellen kannst das sind aber alles eigentlich keine Twitch-Elemente sondern Dinge die von der Community gemacht wurden um Twitch einfach interaktiver zu machen da gibt es bestimmt musst du mal gucken also wenn du doch ich bin mir ziemlich sicher dass ich da was gesehen habe muss ich zugucken ja wie gesagt kann es sein also ich schau mir das nochmal an nicht allein von Twitch aus ja du hast ein Level-System natürlich im Sinne von ha aber komm warte mal natürlich kann ich eins bauen aber wäre es nicht interessanter auch eins für dich zu bauen kann man auch machen weil ich weiß jetzt nicht in welchem Bezug weil ich naja du hast ja Community ich meine die Online-Liga alleine kannst du ja auch Rollen vergeben wie Stürmer wie die ganzen Sachen intern in deinem Twitch-Kanal also das heißt dass jetzt zum Beispiel der ISU sich als Rolle Stürmer aussuchen könnte das heißt die würdet eigentlich die Online-Liga rein theoretisch wieder als Spieler selber weiter erleben und die Levels hoch machen und dann heißt es du steigst halt die Ligas dann hoch das wäre eigentlich auch super lustig oder vielleicht auch total bescheuert was ich zum Beispiel gemacht habe es gibt zum Beispiel bei mir die Dinger hier warte mal ich muss das einmal eintippen ich wollte mir eher eins holen warte mal dann machen wir das anders so rum zum Beispiel das mittlerweile ich habe jetzt so Chatbefehle drin wo die Leute einfach sagen können sie trinken gerade ein Bier oder einen Kaffee das sind auch so kleine Spielereien halt aber die sind cool ja eben aber genau das ist ja das was es so interessant macht wo man dann halt eben wie du sagst Spielereien hat also die Mali wäre zum Beispiel Libero Libero ist eine interessante interessante Rolle tatsächlich im Fußball du musst halt nur aufpassen dass das sich denn also ich persönlich finde immer das ist was vielen Streamern dann passiert wenn sie so etwas tun wird auf einmal das zu deinem Hauptcontent dabei soll das eigentlich nur eine Spielerei sein weißt du da musst du nämlich aufpassen wenn du so Dinge integrierst und das nicht dein Hauptcontent sein soll ja aber das ist ja dann genau aber du musst ja also was dann halt da funktioniert ist dass du halt die Interaktion halt wie du es jetzt machst halt einfach das ist jetzt eine blöde Gamification Mechanik die mag ich eigentlich nicht so gerne aber du bewährst also du gibst den Leuten ja dann was zurück das macht ja Twitch ja auch indem sie interaktiv sind dadurch ist ja das vorhanden dass die Leute sich ein bisschen ja rewarded fühlen also dass sie sich gut fühlen weil sie dafür ja was bekommen wie ein Emoji Emoticon Entschuldigung oder eine Interaktion oder dass sie halt in den Levels hochsteigen aber dadurch hast du ja wieder Content über den du reden könntest also was ich gerne schaffen wollen würde ist auch ein bisschen also nicht nur dass ich kommen muss mit Ideen also auch aber auch dass die Leute sagen können sie möchten gerne über das was hören ja das fände ich auch interessant und das dann zu weißt du was was der Trick war zum Beispiel das ist richtig der Trick zum Beispiel bei mir mittlerweile im Manager Talk ist dass wir gar kein Thema mehr haben ich gebe nicht mehr Themen vor sondern wir unterhalten ich habe so ein paar Randthemen also eine Gruppe so Themen zu denen wir springen können wenn uns nichts mehr einfällt aber mein Manager Talk funktioniert mittlerweile nicht mehr so wie früher über Themen sondern wir unterhalten uns einfach über Themen die aufgedreht sind und was halt die User also die Gäste an dem Tag halt mitbringen ne okay darum geht es und das ist tatsächlich auch das ich bin da voll bei dir dieser User Generated Content dass die Leute Ideen mitbringen und sich darüber unterhalten wollen ist viel besser als wenn du den Leuten vorschreibst was sie heute denn zu hören haben sollen ne der Marley ich bin nicht der Domo Marley nein der Tim der Teil der redet normalerweise immer selber auch glaube ich ziemlich gutes Zeug und viel ja es gibt Streams da rede ich weniger weil die Gäste halt im Pokus stehen es gibt Streams da bin ich dann halt mehr am Reden weil ich dann halt viel auch dann erzähle das ist halt je nachdem was ein Streams heißt so dann mache ich doch meine kurze letzte Frage zu dem Thema Kapitel Genification na da wie ich gerade gesagt habe User Generated Content was was soll das Thema wenn man schon dabei ist wenn ihr euch was wünschen könntet was wäre das Thema das ich als erstes im Stream machen sollte einmal und dann YouTube Video ich bin gespannt ja ich auch habe ich die Frage richtig gestellt oder warst du wieder zu kompliziert da lacht er und sagt nur lol siehste sag mal das ist schon das okay Geheimnis über den Teil wenn nichts kommt ist immer die Sache dann seine eigene die so bringt meine Idee wäre zum Beispiel zu sagen hey wir hatten gerade ein schönes Thema Gamification in Twitch was macht Twitch in dem Bereich zum Beispiel da könntest du aber das wäre ein educational Thema oder da du aber dann auf Twitch bist werden sich Leute die auf Twitch sind auch dafür interessieren weißt du nicht mehr natürlich das kannst du als YouTube Video machen aber du kannst doch sagen let's talk about Twitch Gamification ne oder sowas oder Gamification und Deutsch oder Englisch das kannst du entscheiden was dir lieber ist mhm also wenn du englischen Content machen willst okay cool oder also ich habe halt ich habe halt auch viele die halt einfach also die Gamification Sachen sind halt schon recht international eigentlich auch die Leute unterwegs ich weiß halt nicht ob es besser ist Deutsch oder Englisch zu machen man sagt ja eigentlich immer Muttersprache das musst du entscheiden mhm ja da kann ich dir dann leider keinen Tipp geben weil beides ist gut Englisch hast du mehr Reichweite natürlich per se Deutsch ist halt deine Muttersprache vielleicht kommst du damit auch besser dran durch ne mit den Themen und kannst mehr erzählen besser erzählen das musst du für dich entscheiden ja vor allem glaube ich ein bisschen äh aktiver auf die Seite ich glaube das YouTube Zeug kann man dann wieder auf ja gut wobei man sagt ja immer bleib bei deinem bleib bei einer Sprache also das würde ich nicht tun dann YouTube Englisch und stream dann Deutsch das wäre blöd wenn dann eine Sprache für beides ja gut stimmt also Mali hat gerade gesagt an einem Tag also an einem Tag Deutsch am anderen Englisch gleiches Thema ich gucke ich muss das nochmal überlegen mit dem Deutsch Englisch das mache ich mir schon die ganze Zeit gedanken okay gut aber dann weiß ich Gamification und Twitch könnte ja das erste sein was ich mache zum Beispiel oder über das Buch zu reden wenn du Bücher hast so da Themen aufzugreifen die in Büchern unterwegs sind wie das The Subtle Art of Not Giving a Fuck genau zum Beispiel das sollte jeder lesen das ist ein mega geiles Buch ohne Scheiß zum Beispiel es gibt es auch auf Deutsch die Subtile Art des drauf scheißens heißt es ist wirklich ein beschissener Titel aber es heißt so es ist ein echt mega geiles Buch genau und das ist das was du könntest auch darüber reden so das mitzunehmen die Subtile Art auf Dinge zu scheißen einfach das mal als Streamtitel das wird reißen da kannst du dich unterhalten drüber ja das stimmt das ist tatsächlich interessant momentan versuche ich noch ein Spiel über kennt ihr Werwölfe kennst du das Spiel Werwölfe ja ich versuche eine Consulting Edition dazu zu gestalten Consultants gegen Kunden ja da kannst du zum Beispiel auch kannst du zum Beispiel auch dann genauso genauso machen dass du das auch im Stream machst du einfach sagst ich entwickle das Game oder dieses Kartenspiel oder was wie auch immer mit Sport ich weiß ja nicht was es wird zeigst du wie du welche Ideen gegen Prozesse du hast und Leute vielleicht auch Ideen dazu beisteuern oder kann auch passieren wenn du bei anderen Leuten die jetzt Design machen oder so wenn die ihre Arbeit machen gibt es manchmal auch User die haben dann Ideen die halt super Bombe sind und die werden dann halt eingebaut ne genau Werwölfe ist wie Among Us bloß halt als Kartenspiel wenn man so nimmt ist das richtig ja stimmt also ich mach's halt ich will halt ein lustiges Format machen mit ich war ja selber Unternehmensberaterin Consultant bin ich immer noch und ja das ist ein sehr eigenes Feld also wenn man da mal richtig drin war dann ihr kennt vielleicht Consulting Humor auf Insta und da ist dann ziemlich viel lustiges unterwegs aber ja gut Werwölfe wie Among Us mag man's super Reality is Broken ja ist auch ein gutes Buch von Jane McGonagall mit den Fixes die macht ja Alternate Reality Games also alternative Realitäts Spiele das hört sich auf Deutsch ziemlich beschissen an das Wort um ehrlich zu sein aber weißt du was ein Alternate wisst ihr was ein Alternate Reality Game ist weißt du es Tim ich weiß es ja wie anderen also es geht nicht um Augmented sondern um Alternate Alternative Realitäten weißt du es einer von euch interessiert dran das zu wissen weil ihr Reality is Broken angesprochen habt ok dann schreibe ich mir mal ARG als Thema auf gut ja ich will auch deine Nutzer hier nicht zu arg überstrapazieren ein Nutzer soll ich schon deine Zuhörer überstrapazieren ich glaube du musst dir einfach mal guck dir einfach ein paar also mein Tipp ist wirklich guck dir ein paar Twitch Streams an von ein paar größeren Streamern was die so machen vor allem wenn sie im Just Chatting unterwegs sind was da so gemacht wird vielleicht auch zuschauen welches Thema die auch behandeln da gibt es echt coole Leute was ist denn Just Chatting also du redest einfach nur du unterhältst dich mit deinen Zuschauern ja das ist Just Chatting ich rede nur also nur reden Just Chatting nur reden da geht es nicht um malen da geht es nicht um irgendwelche Dinge aber hat man da ein Thema kannst du mitbringen ja also gibt es es gibt manche Streamer die haben gar kein Thema die gehen morgens dann so wie ich halt online und machen Kaffee Stream nein ich gehe ja auf Online Liga speziell online aber im Endeffekt kannst du entweder sagen du bringst ein Thema mit und sagst hey heute ist das Thema auf dem Stream Gamification bei Twitch oder wie macht wie macht Twitch Gamification oder gibt es überhaupt Gamification bei Twitch das wäre dann dein Thema du kannst auch abschweifen von dem Thema weil es ist Just Chatting du bist wie wenn du ich sag's mal so das ist wie wenn du an einem Stammtisch dich hinsetzt und dich einfach abends zusammensetzt an den Stammtisch das ist Just Chatting okay aber dann die Frage ist aber du bist dann das ist jetzt nicht dass das dann die Leute wie es an so einem Roundtable miteinander sitzen kannst du machen Just Chatting du hast dein Chat du bist derjenige als Entertainer oder Streamer der halt da sitzt und dich halt einfach unterhält mit dem Chat und lest halt ein bisschen mit erzählst ein bisschen über dich selbst über das Thema guck dir am besten Onkel Pipi mal morgens an wenn du Zeit hast wirklich morgens der macht das richtig gut der macht viel genau dieses Just Chatting aber spezifisch auf Themen bezogen der macht Stream Coaching zum Beispiel da würde ich auf jeden Fall den würde ich mir anschauen einfach um zu verstehen was dieses Just Chatting ist wenn du über spezielle Themen redest auch King Grey macht das so ein bisschen in die Richtung Fanti würde ich dann sagen hey cool den mal anschauen den Art Ding nicht Art aber der macht auch Just Chatting aber gut halt seine Arbeit dabei noch mitmachen genau Demigott stellt sich den Wecker damit er dabei sein kann ist übrigens mein Moderator der Demigott danke schön auch nochmal und ja also da guck dir einfach mal ein paar Streamer an sammle da Inspirationen wie die das eingehen und dann leg einfach mal los und das kommt alles mit der Zeit ich musste mal YouTube Videos von mir von Anfang letztes Jahr anschauen weil das mittlerweile alles anders geworden ist Streams habe ich leider keine vom letzten Jahr wirklich so aber die waren ganz anders qualitativ auch nicht so gut wie heute weil man war nicht so man wusste halt nicht wie man Dinge tut das weiß man heute und das ist halt ein Entwicklungsprozess ja und das wird schon Insulana scheint eingeschlafen zu sein hieß es siehst du du gehst jetzt schon voll auf den Chat ein siehst du naja ich versuche mitzulesen aber manchmal weil ich vor allem hieß es ich soll das tun und das ist auch richtig und okay gut dann mache ich das ja schon mal richtig beim Rennspiel als Caster sehr schön ja ich kann auch ich war auch noch dass du ich weiß auch noch dass du sehr gehypt hast dass es nach Mühlen ging für Red Bull als Moderator das war auch sehr schön auf jeden Fall dass damals ich habe noch ich habe auch ein Pulli genau von der Veranstaltung von Alpha wie heißt diese Marke von denen Alpha irgendwas mit einem Stier Alpha Taurus irgendwie sowas die haben eine eigene Motor Marke Red Bull und das ist halt so ein Pulli von denen haben die ja lol weiß ich gar nicht was die nicht alles haben die haben alles mögliche auch die Getränke die auf der Laden waren auch das Wasser war alles von Red Bull okay krass ja gut heftig Alpha Tauri heißt sie genau Alpha Tauri Alpha Tauri Alpha Centauri Alpha Centauri Alpha Centauri ist doch ein Stern ob es Moderator es gibt von also von Formel 1 gibt es ganz viel auf YouTube von Counter Strike gibt es ein paar Stück auf YouTube da könnt ihr gerne reingehen da hört man halt nur meine Stimme meistens also es gibt auf YouTube gibt es wenn ihr in meinen alten Videos sucht da findet ihr alles Formel 1 Moderation Counter Strike Moderation meine FIFA 15 Let's Plays sind auch noch da also ich habe nichts gelöscht das ist alles noch auf YouTube könnt ihr dort einfach nachschauen und ich sage danke was die Liebe geht raus Liebe geht oh ich muss das iPad anlassen Licht ich habe nämlich mein Ringlicht noch nicht eingeschaltet wir werden jetzt dann eh Schluss man wollte gerade sagen und deshalb tun wir das was wir als gutes Streamer immer tun wir schicken uns zu Leute wohin wo sie Spaß haben weiterhin Raiden nennt man das Ganze wie beim Spiel Raid ja wir gehen Raiden und zwar ich glaube wir gehen mal zum Chris bei dem war man schon lange nicht mehr der Chris ist online Black Sheep ist online mal gucken Black Sheep macht das ist halt Fußball Content ich weiß gar nicht ob ihr Fußball Content heute haben wollt Hitbox ist online Sema ist auch online wir bashen jetzt einfach eine andere was wir gehen machs gut und stell dir den Wecker morgen ich stell mir keinen Wecker ihr wisst samstags bin ich immer später online wir gehen jetzt zu jemand anderem ich erklär's dir gleich wenn ich jemand gefunden hab wo wir hingehen wir könnten ich glaub Chris ist mal wieder dran komm wir gehen mal wieder zu Chris und zwar Raid wir gehen Raiden und die Leute werden dann mit Raiden wenn sie möchten das bedeutet wir gehen als Zuschauerschaft mit der Community alle rüber zu jemand anderem und als guter Streamer schickst du deine Leute immer zu anderen Streamern rüber als guter Streamer also als netter Streamer sagen wir's auch so okay gut dann freue ich mich ja ich muss mich jetzt einloggen bei meinem Twitch-Kanal sonst kann ich ja nicht mitmachen richtig achso ja theoretisch schon siehst du aber der Raid läuft jetzt eh schon da musst du jetzt auf dem iPad joinen schnallen naja ich bin ja stimmt du bist ja gar nicht heute da als Zuschauer hier drin weißt du naja du hast noch ungefähr 20 Sekunden das war heute auch das erste Mal tatsächlich nochmal über hier das war heute das erste Mal Content Inspiration das wird in Zukunft auch so ablaufen dass ich nicht nur einen Gast haben werde das wird immer mal wieder passieren aber ich werde mit euch zusammen einfach mal so einen Just-Chatting-Abend machen wo ihr Fragen stellen könnt wo ihr Ideen reinwerfen könnt ich hab zum Beispiel den Pyjama-Miki auch schon Ideen geliefert wie er denn sein Content verändern kann ich hab Who and See auch schon mal da an der Stelle mal wegen seinen Gitarren gesagt hey mach doch was macht dir am meisten Spaß dann kamen daraus Gitarren und deine Geschichte über Gitarren bei dir auch Jasmin du kannst auch erzählen wie kam ich denn überhaupt zu Gamification das sind alles so Themen auch ein bisschen von sich selbst zu erzählen wie es überhaupt dazu kam oder was man da tut dein erstes Gamification erlebt ist dein erstes Buch so Dinge halt das sind alles so emotionale Themen wir sehen es aber dann in 10 Sekunden drüber also Jungs Most Like Is Here verschenkt ein Ticket dankeschön nochmal der Raid geht jetzt los danke 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 basti basti summos jetzt bis Jupiter bis e bis Vielen Dank.